Herzlich Willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 321. Mein Name ist René, außerdem mit dabei in diesem Internet, der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Genau, wo wir nicht wissen, ob die Leitung so richtig hält, weil irgendwie auf der einen Seite parallel das Spiel und auf der anderen Seite parallel das Spiel und dann begrüßen wir jetzt auch direkt pünktlich mit reingekommen, den Herrn Dr. Marfman. Gute, 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 hi. Direkt, direkt mit, das Auto schnell direkt vor der, ja, vor meiner Haustür mehr oder weniger geparkt. Auto steht eigentlich mit in der Wohnung, gibst zu, Marvin. Ich habe jetzt so Bilder im Kopf, wie du mit dem Smart, so Handbremse angezogen, im Drift, rückwärts in die Parklücke und wie, welcher Film war das, Red, glaube ich, wo Bruce Willis so im Drift quasi aus dem Auto aussteigt. So ein Bild habe ich jetzt gerade vor Augen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der ganzen Sache gefährlich ähnlich oder nahe kam, aber gut. Aber absprechen willst du es auch nicht, schon klar. John, aber total widersprechen willst du dem natürlich auch. Nee, weil das Problem ist halt, es steht schon ein bisschen ungünstig. Also es könnte besser sein. Aber hey, wir wollen uns nicht beschweren. Ich bin hier, Autos, keine Menschen wurden verletzt. Das ist immer gut. Also wir halten fest, für diese Aufnahme kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Bis jetzt. Ja, also überhaupt, also Tiere ja ist richtig. Bis jetzt. Gestern war der Plan noch, dass wir heute alle hier zusammen aufnehmen und alles tutti ist. Und dann begann dieser Tag und es wurde von Minute zu Minute schlechter. Der Basti ist nicht dabei, weil dem haben sie heute Morgen das Internet abgedreht. Ob aus Sicherheitsgründen oder was auch immer der Grund dahinter ist, wissen wir nicht genau. Aber jedenfalls sitzt er fluchend in der Bude, weil er kann weder das Spiel gucken noch in dieser Aufnahme teilnehmen. Es ist die Hölle und Frau Alex meldete sich vorhin mit Fieber ab, die liegt zu Hause im Bett. Und pünktlich zur Aufnahme gerade eben meinte er noch, unsere Internetseite hier den Geist aufgeben zu müssen. Von daher, der Livestream funktioniert, wann und wie die Folge veröffentlicht wird. Wenn ihr das hier hört, morgen oder übermorgen, dann haben wir es geschafft. Wenn ihr es nicht hört, dann wisst ihr wahrscheinlich am Ende des Tages auch nichts. Also die Liveströmung geht gar nicht. Doch, die Liveströmung geht, aber nicht über die Seite, sondern über den direkten Link. Twitter und Chat hat alles parat. Dann verbreite ich den doch gerade mal. Den hast du ja eben schon geteilt. Yes, yes, yes. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir sprechen hier live während eines laufenden Fußballspiels, weil es ist englische Woche. Und englische Woche bringt was mit sich, außer Mittwochsspielen? Fanproteste, genau. Habt ihr gut erkannt. Danke, dass du das schneller aufgelöst hast. Ich wusste schon wieder gar nicht, was du willst. Ja, so geht mir das manchmal auch. Da weiß ich auch nicht, was ich will. Das Spiel war irgendwie hart umkämpft am Anfang und begleitet von 20 Minuten drillerndem Gefeife. Es ist nervig, aber nachvollziehbar. Spielerisch fand ich die erste Hälfte auch zumindest am Anfang mindestens genauso nervig, weil Gladbach wesentlich besser ins Spiel gekommen ist. Aber wir haben es letzte Woche gefordert, oder vorletzte Woche gefordert, Kevin Trapp muss endlich Leistung bringen. Und da waren jetzt so ein paar Dinge dabei, wo ich sage, das war gut. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich diese scheiß Werbung hier. Ich versuche jetzt, sorry to me, leid, aber alter, 34 Sekunden Werbung noch. Ja, dann machst du wenigstens leiser, sonst kriegst du hier noch. Nein, das kriegst du nicht. Ich kann hier nicht ausmachen. Alter Verwalter. Ich halte sie jetzt irgendwie an meinen, an meinen, an meinen, oh Gott, man hört die an. Leg dich drauf, Dennis. Leg dich drauf. Äh, nee, Basti, Marvin. Marvin. Ich komme durch ja nach rechts. Ja, super. Der Marvin legt sich jetzt auf Sky drauf und der Dennis sagt was zum Spiel. Ich habe ja extra Sky jetzt hier mit LTE angemacht, weil die Verbindung jetzt so und dann hier Liveströmmung wird ja niemals funktionieren. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt klappt. Aber Dennis, fang mal mit dem Spiel an. Wir drücken mal die Daumen. Nee, Spiel bisher, René hat es eigentlich sehr gut schon zusammengefasst, Trapp, zwei, drei gute Situationen. Bei der einen Situation muss man natürlich sagen, gute Reflexe. Der Ball ging ja dann nochmal zurück ins Feld. Zum Glück dann nicht ins Tor. Ähm, ja, nee, muss man wirklich sagen, ordentlich. Wer mir auch heute sehr gut gefällt ist, wo man merkt, er kommt wieder an alte Leistungsstärken zurück, ist Abraham. Der hat ein sehr starkes Spiel bis jetzt gemacht. Auch ein Hasebe bringt einfach diesem ganzen Gerüst eine gewisse Sicherheit mit. Und ja, vorne könnte noch ein bisschen mehr gehen. Müller und Kostic beide noch nicht so richtig im Spiel, meiner Meinung nach. Also waren ein paar Bälle dabei. Ähm, das war ein bisschen zu schnell für beide. Und da merkst du einfach, da geht noch viel mehr. Also da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man im Spielaufbau irgendwie so ein bisschen sehr hektisch ist und versucht irgendwie zu viel auf einmal. Hm. Ähm, dadurch natürlich dann so ein bisschen sich dann verrennt und irgendwie die ungenauen Pässe spielt. Ähm, und grundlegend, was ich mich halt auch generell gefragt habe, ist, nachdem wir ja in den letzten Spielen gesehen haben, dass eine zweite Spitze uns durchaus gut tut, warum spielen wir denn jetzt wieder nur mit dem Haller da vorne? Das verstehe ich auch nicht, nee, keine Ahnung. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich finde in den letzten Spielen oder gerade beim letzten hast du ja schon gemerkt, Jovic und Haller können zusammen echt gut funktionieren. Und ich weiß, natürlich müssen wir jetzt, wollen wir vielleicht ein bisschen defensiver gegen eine Mannschaft spielen, die aber ehrlich gesagt jetzt auch eigentlich mal ein bisschen entmystifiziert werden könnte. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt die ganze Zeit zu große Angst vor Mönchengladbach haben sollten. Natürlich ist das eine gefährliche Mannschaft. Aber da ist immer noch der Hacking als Trainer, ja. Das heißt für mich, das ist eine Mannschaft, ja, also die ist schon genauso auf dem Boden der Tatsachen, wie wir es sind. Und da jetzt hier irgendwie zu große Angst haben, finde ich auch... Problematisch, denn ich habe jetzt nur auszugsweise die erste Hälfte verfolgt. Aber was ich gesehen habe, er ist im luftleeren Raum, Haller, ja. Und das würde wahrscheinlich mit Jovic, wie es beim letzten Spiel, einfach besser funktionieren. Ja, bin ich voll bei euch. Also auch der Müller, dadurch, dass er bis jetzt nicht die Leistung gebracht hat in der ersten Halbzeit, vielleicht braucht er auch noch ein bisschen Zeit, aber... Ja, der Müller ist zu langsam. Der ist zu langsam. Der ist, also ich weiß nicht, ich mag ihn ja, ich finde ihn ja geil. Er ist ein super sympathischer Typ und ich lasse auch persönlich nichts auf ihn kommen, obwohl ich ihn nicht kenne. Aber so vom Gefühl her. Ich bin ein geiler Typ, ich habe jetzt wieder ein Bild von ihm gesehen, als kleiner Dachs mit oben, ja. Der hat schon dubiose Präsidenten der Eidrat kennengelernt. Aber du merkst, da ist schon was da. Aber das ist aktuell, fällt er im Tempo zu anderen ab, selbst zu seinem ehemaligen Teamkunde, wie Lane Kostic. Ja, ja, also ich fand die Variante, das war ja gegen Leipzig, wo Gacinovic am Rechts gespielt hat. Letztes Spiel gegen Leipzig. Ich war ja gerade immer überlegen, ob es Leipzig oder Marseille war, aber wo dann eher auch so Gacinovic da außen gespielt hat, das fand ich eigentlich schon besser, also ansprechender für mich. Ja, auf jeden Fall, ich muss auch sagen, wir haben ja auch noch theoretisch auf der Bank sitzen, Rebic, oder? Yes. Rebic sitzt auf der Bank, Jovic sitzt auf der Bank, im Vorbericht war ja auch die Aussage von Bruno Hübner, oder wie der Kollege von Sky ihn am Wochenende nannte, Hugo Hübner. Hugo, stelle ich mir diese Figur von Kabel 1, wie hieß sie damals? Der hieß Hugo, dieser komische Troll, oder was das war? Ja. Online-Game. Ja, der dann irgendwie sagte, dass man quasi Rebic immer so Stück für Stück ihn an die 90 Minuten ranführen will, um ihn halt eben nicht wieder zu überfordern, also der wird frühestens meiner Meinung nach irgendwie so zwischen der 60. und 70. dann auch auflaufen. Gute Sache. Bringt auch nochmal ordentlich Tempo mit rein. Rebic braucht natürlich die Dynamik, die er normalerweise nur, wenn er wirklich fit ist, hat, und ich denke aber, der kann uns auf jeden Fall da sehr weiterhelfen. Die Frage ist natürlich dann, eher über links muss man dann schauen, was ist mit Kostic an der Stelle. Auf der rechten Seite würde ich auch für einen Jovic eigentlich, oder beziehungsweise Jovic rein, vorne ein bisschen mehr in die Spitze mit, ein Garzinovic, der vielleicht dann die Seite mitmacht, würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Könnte man auch so überlegen. Aber man hat ja auf jeden Fall schon gegen Leipzig gemerkt, dass er dem Spiel extrem gut tun kann. Als Rebic rein kam, gab es nochmal so ein bisschen neuen Wind und das ist natürlich etwas, das wissen wir alle, das kann ein Knackpunkt sein. Was wir auch noch dazu sagen müssen, wenn wir schon so ein bisschen bei Aufstellung sind, Williams darf dann jetzt doch schon nach zwei Spielen wieder spielen und steht heute wieder im Kader. Damit bleibt uns dann auch die Variante mit einem Jovic als Links, äh mit einem Kostic als Linksverteidiger erspart. Das ist besser so. Zum Glück, ja. Besser so, wobei ich sagen muss, also das, was ich jetzt von Williams so gesehen habe, war der jetzt auch nicht so rock solid. Also da war... Nee, da hast du recht, aber ich meine, es ist halt auch ein Spieltag mitten der Woche, ne? Das heißt, guck dir an, wie die anderen Mannschaften heftig getauscht haben, ne? Also in den letzten, also jetzt gestern hast du ja auch deutlich gemerkt und auch hier haben wir ja auch, ich meine, wir haben Fernandes rausgelassen, äh ne, Fernandes spielt, aber wir haben, äh, Leute rausgelassen wie der Guzman, der gute Spiel gemacht hat, ne? Der Toro ist ja irgendwie verletzt, der scheint ja irgendwie so ein bisschen muskuläre Probleme oder irgendwas zu haben, ich das richtig verstanden habe. Genau, genau, aber das heißt, wir haben schon wenig ausgewechselt im Vergleich zu den anderen Leuten. Gut, Gladbach ist jetzt auch nicht mit der zweiten Mannschaft angekommen, aber, ähm, insofern finde ich es okay, dass Williams nochmal die Chance bekommt. Er ist jetzt durchaus unglücklich, ich meine, wenn wir uns jetzt an Olympique Marseille erinnern, da hat es jetzt nicht so einen Nachteil gebracht, aber es war alles nicht so geil, ne? Ja. Ähm, ja. Also ich finde es auch auf jeden Fall besser, als Fayette, äh, wieder links spielen zu lassen, dementsprechend bin ich schon froh. Ja, das sorgt, sorgt für Schmerz. Das sorgt echt für Schmerz. Also sowohl Kostic als auch Fayette da auf links, äh, nicht meine erste, nicht meine zweite und auch schon gar nicht meine dritte Wahl. Da kommt lange nix irgendwie. Ähm, zweite Halbzeit fängt an, dann sagt doch mal gerade noch, was ihr, was ihr tippt, wie das Spiel ausgeht. Also, ähm, wie viele Spielminute habt ihr jetzt? Äh, 45, 14, 15, 16. Na super, dann seid ihr früher als ihr. Zwei Sekunden hänge ich, hänge ich nach. Na super, ich hab, ich hab jetzt, ähm, ach nee, ich bin weiter als ihr. Nee, ich bin weiter als ihr vorne. Ich hab jetzt schon 32, 33, 34. Ja, okay, bist ein Ticken vor. Ja, drei, drei Sekunden. Okay, also mein, mein Tipp, ja, naja, 1-1 für die, äh, 1-1 für die Eintracht, wollte ich schon sagen. 1-1 für die Eintracht. Da war dein Tipp bei Fußball 2000, aber ein bisschen optimistischer, oder war das, ne, es war ein Hannover, ne? Na, Hannover hab ich 4-0 getippt. Okay. Ja, was ist los? Fucking Hannover, ey, was geht ab? Also, ich weiß nicht, ich bin Hannover, aber. Ich denke, wir gewinnen heute mal wieder mit einem dreckigen Tor 1-0. Ähm, ja, ich geh beim 0-1 mit und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen. Ich hab, äh, ein Fünfer für ihn noch draufgesetzt. Na, dann muss es ja so sein. Ja, immerhin. Also, so ein Fünfer muss man ja auch erst mal haben. Ist, äh, ein halber Kaffee bei Starbucks weniger die Woche. Ein halber Kaffee bei Starbucks. Ich hab mir jetzt erst mal Chips geholt. Ich hab richtig Hunger. Und wer, und wer weiß, wie man sich gesund ernährt, der weiß natürlich auch, dass Chips sehr gut sind. Genau, sind ja, sind ja Kartoffeln und Kartoffeln ist ja Gemüse und von daher ist das ja alles komplett richtig. Sind's denn wenigstens französische Chips, wenn wir jetzt schon über Massé noch sprechen? Du lachst, du lachst, die sind, ne, Patatin, ja, das ist Klee-französisch. Patatin, französisch. Patatin, ja, ich glaube, es sieht auf jeden Fall so aus, schmeckt nicht französisch, aber ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wie französische Chips schmeckt. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, es sind französische Chips und du feierst damit den kurz vor Schluss erzeugten 2-1-Sieg gegen Massé vor einer, wie ich finde, sehr surreal wirkenden, äh, Atmosphäre. Kulisse, danke, das war das Wort, was mir nicht einfiel. Ja, ja. Also ganz ehrlich, Fußballspiel, also das wirkte über 90 Minuten für mich eher wie so ein Trainingsspiel. Wenn du die Rufe von den Spielern so glasklar hören kannst und hören kannst, wie sich ein Hellmann auf der Tribüne aufregt, also ganz ehrlich, das will ich nie wieder erleben. Und das halt für die Europa League, wo jeder heiß ist, guck mal, wie viele Frankfurter da heiß drauf waren auf dieses verdammte Spiel und dann kriegst du das durch so einen Mist genommen und siehst dann auch noch im Fernsehen, die Stimmung war ja eh tot. Geil war natürlich, dass im Endeffekt dann auch noch in dieser, ich weiß gar nicht, Hafenkneipe wenn es jetzt mal da gefeiert wurde, das war ja noch der, der schöne, schöne Ausklang. Fand ich geil, dass auch, fand ich geil, dass auch am Ende noch die Verantwortlichen sich dort haben blicken. Sehr cool, sehr cool. Hellmann, Russ und, äh, Zimmermann. Zimmermann, glaube ich, ja. Ja, genau. Also alle, die dem Fußball nichts zu tun haben. Ui, Marvin. Und Feier. Ja, die zumindest nicht so viel Spielzeit hatten, sagen wir es so. Gut, ich glaube, die Spielzeit von Hellmann ist schon ein bisschen länger rum, aber okay. Oh Gott, was kannst du da nicht ganz sehen. Marvin hat angefangen, der ist schuld. Ja, fand ich prinzipiell, also erstmal, dass da doch so viele noch hingefahren sind, fand ich einen guten Move, waren ja unterm Strich, glaube ich, auch knapp irgendwie tausend und dann da noch hingehen, also das ist echt gut. Auf jeden Fall. Das war gut und das Spiel war auch, also ich fand, wir haben Marseille eigentlich ganz gut aus dem Spiel genommen, ähm, da Costa hat mir wieder ganz gut gefallen. Ja, erste Halbzeit war schwierig, aber danach wurde es, fand ich, schon besser. Klar, also die hat sich, die Eintracht hat sich die Sicherheit dann auch wieder ein Stück weiter erspielt. Man muss aber trotzdem sagen, dass genau das ja ein Spiel war, wie ich jetzt auch schon bei Fußball 2000 Grüße erwähnt habe, ähm, Kevin Trapp hat sich da natürlich ausgezeichnet, hat für Sicherheit gesorgt und dann hast du vollkommen recht, ist im Laufe der zweiten Halbzeit natürlich auch ein bisschen die Sicherheit zurückgekommen, ja, und dann hast du dich auch gar nicht mehr so verrückt gemacht, dass du mal zurückgelegen hast und dann machst du einen Ausgleich und dann läuft das ganz gut und dann geht es ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Ja, wollen wir gerade live aufs Spiel gucken. Eintracht läuft gerade so ein bisschen in einen Konter rein, nach einer Ecke, das ist wieder so typisch. Wir haben die Ecke und kriegen dann den Konter. Aber Hasebe klärt. Da muss man auch sagen, der hat sich in den letzten Spielen auch extrem wieder in die Mannschaft zurückgekämpft. Ja, auf jeden Fall. Ich muss nur sagen, es ist gerade ein bisschen ätzend, dass du schon sagst, Hasebe klärt und in dem Augenblick läuft der Spieler eigentlich gerade erst bei mir über die Mittellinie. War noch nicht mal ansatzweise bei Hasebe. Und dementsprechend, das wird ja auf jeden Fall heute noch witzig. Ja, ich bin voll bei euch. Also Hasebe definitiv ein richtiger Stabilisator und gerade auch diese Tempo-Defizite, die er hat, macht er durch Stellungsspiel und einfach merkt es ein schlauer Kopf. Da ist einiges, macht das doch wett. Was er in Beinen nicht hat, hat er dann wenigstens taktisch im Kopf. Ich sehe gerade den Banner von Gladbach-Fans. Als da steht Vitus-Stadt, ich wusste gar nicht, dass Gladbach auch so eine richtige Stadt hat. Als ich das letzte Mal durchgefahren bin, sah mir das eher nach Dorf aus. Aber gut, unrelated news. Ja, nee, du hast vollkommen recht. Ich fand halt, Hasebe hat sich in der Sache sehr, sehr gut eingebracht. Gegen Leipzig war das sehr gut. Bislang sieht es auch ordentlich aus. Es ist ehrlich gesagt ein wichtiger Faktor. Die Begründung, warum er in den letzten Spielen kaum bzw. keine Rolle gespielt hat, kann ich sowieso schlecht nachvollziehen. Umso besser, dass er halt jetzt wieder auf dem Platz ist, der Mannschaftssicherheit gibt, in einer ja sowieso noch nicht komplett gefestigten Abwehrformation. Und da ist er halt eigentlich Gold wert, das muss man so sagen. Ja, wobei man schon sagen muss, dass so diese Innenverteidiger-Kombination aus Abraham und Endika sich jetzt ja schon so ein bisschen gesetzt hat. Oh, blöder Fiesel. Ja, dann sprichst du es aus. Kaum fange ich an, die Abwehr zu loben, ist ja Kacke im... Wir sollten nie wieder über die Abwehr sprechen während eines laufenden Spiels. Das war eben schon relativ knapp. Man hat eben gerade gemerkt, dass Azar sich schon ein bisschen durchtankt jetzt. Aber gibt es einen Freistoß, wenn ich das richtig sehe? Es gibt einen Freistoß. Gerade eben haben wir Hasebe noch gelobt. Und jetzt, kurz vor dem 16-Meter-Raum, haut er innen dann so ein bisschen unglücklich davon in meinen. Wobei wir davor auch sagen müssen, dass genau die Innenzange, die du eben schon gelobt hast, ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Fehlpass von Endika, ein bisschen unglücklich. Wir können auch froh sein, dass es jetzt nur Freistoß gibt. Die Frage ist halt jetzt, wer tritt an und wie sieht es genau aus? Du weißt ja, bei Gladbach gibt es potenziell immer gute Schützen. Und jetzt, genau, Torgan Azar wird jetzt auch antreten. Und, oh! Ja, Dennis, ich habe dich gespoilert, ne? Ja, mich auch. Gerade eben berührte der Ball erst das Außennetz. Danke. Also wartet, Leute, jetzt berührt der Ball das Außennetz. Wow, okay. Das war bei, das war das, wenn du das gesagt hast, dass er bei dir jetzt das Außennetz berührt, war bei mir der Replay. Oh Gott, oh Gott. Hat eigentlich mal einer geguckt, ob man bei Tipico oder so wetten kann, ob Kramer wieder irgendwie den Ball ins Gesicht kriegt und verletzt vom Platz muss. Was? Ist mir gerade eben erst so aufgefallen, als ich ihn in der Mauer stehen sehe, dachte ich, das ist doch, das wäre doch wieder so ein obviers Wetter. Genau, und dann denkt er wieder, er wäre Weltmeister. Ja, genau. Nein. Ah, wir sollten nicht immer auf die Kleine rüber. Ich meine, man muss ja schon sagen, Gladbach hat ja nominell wirklich eine ganz ordentliche Mannschaft. Ja, also das ist natürlich. Auf der Latte, das ist ja klar. Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, Gladbach hat ja zuletzt eine ganz gute Rolle gespielt. Ich denke, ich werde halt echt nicht warm mit Hacking. Das ist für mich echt so ein Trainer. Verlegenheitstrainer irgendwie so, ne? Ach naja, für mich kommt es vor wie so Funkeleit so, weißt du? Ist was dran. Ja. Auf jeden Fall. Ja gut, ist halt irgendwie selbe Trainergenerationen, waren halt auch irgendwie schon bei ähnlichen Vereinen und so. Das ist natürlich, die sind jetzt auch, glaube ich, so vom Trainingstil nicht so weit weg voneinander. Wahrscheinlich nicht, ne. Aber gut, hat natürlich hier ganz gutes Potenzial. Da würde aber sicherlich deutlich mehr gehen. Also bin ich, bin ich auch voll bei dir, Marvin. Also es wäre für mich definitiv was, wo man als Gladbach-Fan nicht zufrieden sein sollte. Das ist halt interessant zu sehen, denn, ähm. Konter? Hat irgendwie, ja. Gut, ich spoil euch nicht. Ne, weil, also Hacking hat in der letzten Zeit ja natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, in Sachen Vereine overperformed, ne? Sonst immer jemand gewesen, der mal Alemannia Aachen trainiert hat, Hannover 96, so alles so, ähm, Mittelklasse-Vereine. Also Alemannia war ja damals auch ein Mittelklasse-Verein, hat ja auch teilweise geile Leute gehabt mit Schmattke und so. Und dann ging es halt ins, ähm, ja, in andere Zustände. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und als er, äh, als er, äh, dann zu Wolfsburg gewechselt ist, ja. Ah, sehr gut. natürlich seiner Karriere finanziell zumindest geholfen. Und seitdem ist er jetzt ein bisschen auf einem anderen Niveau und trainiert auch Gladbach. Du Schande, was passiert denn da? Ja, das ist... Boah, also wir müssen gerade wieder zum aktuellen Geschehen zurückkehren. Man muss schon hier sagen, dass die Innenverteilung der Frankfurt-Abwehr momentan ein bisschen vogelwild ist und auch nicht die Gladbacher wirklich wieder ranbekommt. Nee, also das sieht gerade eben so ein bisschen nach so B-Jugend-Fußball aus, wo du einfach irgendwie den Ball hoch und weit irgendwie versuchst, da wegzuschlagen. Leute, 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 jetzt lassen Sie sich aber ganz schön abkochen hier. zum 48. Mal da den Ball da wieder rein. Ach, du ahnst das nicht. Eben haben wir das Gegentor gesehen. Ich hoffe, der Dennis hat es auch. Was heißt, ich hoffe, wir Dennis es auch schon gesehen hat. In einer Viertelstunde wird Dennis es auch gesehen haben. Er trifft zum 1-0. Ja, leider hat es sich angedeutet. Ja, also ganz ehrlich, wenn du den Ball da nicht wegkriegst, ja, muss man sagen. Gucken wir nochmal, ja. Ist natürlich auch grandios gespielt. Das sind Szenen, da muss man auch sagen, mit der Zunge kann man da durchaus mal schnalzen. Ja, aber ganz ehrlich, also vorhin haben wir Abraham noch gelobt. Abraham ist 20 Zentimeter von dem Spieler weg. Der steht mit dem Rücken zum Tor, schießt aus einem ganz, ganz spitzen Winkel. Ja. Ja. Und Abraham kriegt den Schuss nicht verhindert. Ich meine, dass Trapp da irgendwie wenig Chancen hat, wenn das Ding da so über ihn reinschlägt. Trapp mach ich da jetzt gerne. Aber in Abraham, den wir vorhin noch gelobt haben, also aus dem Winkel und mit dem Abstand zum Gegenspiel her, muss er eigentlich das Ding klären. Es ist halt, ja, es ist halt bitte, genau so muss es sein. Es ist, zeigt sich, dass Plea, ich weiß nicht, ob ich überhaupt, ich weiß nicht, ob ich bei Fußball 2000 gesprochen habe, aber ich habe den jetzt schon länger auf der Liste. Er wirkt manchmal ein bisschen krass elefantös und ungelenk, aber das ist ein gefährlicher Stürmer. Es hat schon seinen Grund, warum die den aus Frankreich geholt haben. Das ist ein ziemlicher, ja, ein ziemlicher Torgarant, ja. Und ich weiß noch, als er bei seinem ersten Outing jetzt hier im DFB-Pokal, da wurde er belächelt, weil er halt so ungelenk war, aber auch da hat er schon Buden gemacht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Aus dem spitzen Winkel musst du auch mal die Tore machen. Aber ich fand auch, dass das eine relativ gute Bewegung war, die er da gemacht hat. Es war eine kleine Bewegung. Also dadurch, da kommt einfach ein Abraham nicht hinterher. Das ist, der Winkel ist spitz. Er war direkt dran. Der braucht nicht hinterher. Der muss nur das Knie reinhalten und dann fliegt das Ding zur Ecke raus. Apropos Ecke, wir haben jetzt eine Ecke, das heißt, es passiert nichts. Oh, 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 eine richtige Chance. Da hätte er es fast wieder gut gemacht, der Herr Abraham. Eine der wenigen guten Ecken der Frankfurter Eintracht, hier muss man sagen, ist ja selten genug, aber richtig gut, eigentlich alles perfekt gemacht. Und dann kann man, er trifft ihn eigentlich optimal und dann setzt er ihn zehn Zentimeter neben den Pfosten. Aber muss man ehrlich sagen, kann es ja nichts machen. Also es war trotzdem gut gespielt. Endlich mal wieder eine Ecke, gefährlich auch. Und genauso muss die Frankfurter Eintracht jetzt weiterspielen. Es kann jetzt nicht sein, dass wir uns jetzt hier zurückstellen. Das Spiel ist noch viel zu lang zu gehen. Da ist noch was möglich, vielleicht gerade mal durch den Standard. Man sollte jetzt überlegen, über Jovic vielleicht mal in eine Auswechslung zu gehen. Was macht denn der Abraham da? Ja, auf jeden Fall. Abraham fühlt sich in seiner Ehre wahrscheinlich ergriffen. Außenstürmer. Außenstürmer, Abba. Tendenziell jetzt, um Außenstürmer zu werden. So, jetzt geht's rund. Und, wenn ihr aber wieder zu leicht den Ball. Ja, das war jetzt aber gar Cinovic. Jetzt müssen wir aufpassen. Hinten wieder aufbauen. Sehen, dass wir über die Außen kommen. Das hat eben schon ganz gut funktioniert. Die Eintracht muss auf jeden Fall jetzt einen Gang hochschalten. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Jetzt können wir diese abwartende Haltung nicht mehr vollführen. Aber zu leichte, zu leichte Ballverlust. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall hier festhalten. Jetzt geht's wieder zurück. Azebe spielt den Ball erstmal wieder ruhig. Trab hinten. Aber ich finde auch, Müller ist überhaupt nicht im Spiel. Merkt mich ja auch wieder. Müller ist überhaupt nicht präsent. Viel zu wenig. Auch eben wieder im Abspiel. Dennis, es tut mir leid, dass ich dich andauernd hier wieder ein bisschen spoilern muss. Aber auch hier im Abspiel ist er zu nachlässig. Das ist wenig innovativ. So kannst du gegen die Gladbacher natürlich nicht bestehen. Jetzt, ach, Mann. Schwierig. Laufen wir wieder ein Konter. Jetzt laufen wir wieder ein Konter. Abgefangen. Den Ball können wir jetzt wieder nicht klären. Ah. Jetzt gegen den Mann geworfen. Abraham vorne wie hinten. Jetzt hat er geklärt. Ja. Ne. Also wir verlieren zu leicht den Ball in unseren, wenn wir ihn selbst haben. Das ist scheiße. Ja. Definitiv. Das ist scheiße. Wir waren gerade eben eigentlich noch so ein bisschen bei dem Rückblick auf das Marseille-Spiel. Fällt euch dazu noch was ein, außer Wilhelms wieder Vogelwild mit Gelb-Rot? Ich weiß nicht, hat das eigentlich irgendeine Sperre zufolge in der Euro-League. Gelb-Rot. Ja, ein Spielspiel, ne? Sicherlich ein Spiel Sperre, ja. Ein Spiel Sperre. Aber gut, ist halt so. Wenn ihr Leute singen hören wollt, dann schaltet bitte Fußball 2000 ein. Sehr gut gesungen. Es ist grandios. Es ist grandios, ja. Hoppes Petz wäre stolz auf uns. Genau. Ne, du hast vollkommen recht. Im Grunde kann man eigentlich nur noch sagen, dass die, ja, es gibt ein Spiel Sperre, logisch, aber ansonsten kann man noch sagen, dass die Eintracht wirklich ein couragiertes Auftreten gezeigt hat. Ist auch erneut nach einem Rückstand nicht aufgesteckt, sondern wollte immer weitermachen. Das kann jetzt auch vielleicht für die zweite Halbzeit hier gegen Gladbach nochmal ein positives Signal sein, weil auch hier ist der Käse noch nicht vergessen. Für mich halt mega krank, dass wir da drei Punkte geholt haben, wenn ich ehrlich bin, weil das waren drei Dinge, die ich niemals gerechnet hätte. Das war ein geiles Tor halt von Jovic, wirklich, wenn ich mir das heute, es gibt ja tausende Gifts davon, etc. Also man merkt schon, das war, es kann ein für die Eintracht ein sehr, sehr wichtiges Tor gewesen sein und insbesondere, wenn du jetzt die Ausgangssituation natürlich für die nächsten Spiele siehst, ist das schon wirklich super. Ja, das sind halt drei Punkte, über die du nicht geplant hast, wo du ganz klar gesagt hast, okay, lass mal die Heimspiele ganz gut bestreiten, auf jeden Fall sechs Punkte gegen die zypriotische Mannschaft, aber, aber das wäre jetzt, ja, ich habe auch Marseille, ich musste auch kurz stocken, Dennis, du siehst gleich, warum. Ja, dass wir halt, dass wir halt gegen Marseille, in Marseille drei Punkte holen. Ich denke, damit hat keiner gerechnet, das heißt, die Tür ist jetzt schon extrem weit aufgestoßen für Europa und jetzt sehen wir hier in Gladbach den Wechsel, Nikolai Müller nichts gebracht, da, so ehrlich muss man sein, Ante Rebic kommt jetzt rein, der Vize-Weltmeister. Das würde jetzt wahrscheinlich aber bedeuten, aufstellungstechnisch, dass Kostic auf die rechte Seite vermutlich wechselt. Kostic auf die rechte Seite wechselt und Rebic auf links, würde ich jetzt mal vermuten, sieht gerade zumindest so aus, da liegt ein Frankfurter noch auf dem Boden. Ist auf jeden Fall richtig, musst du jetzt, du musst jetzt so offensiv wechseln und Rebic ist natürlich ein Mann, der für die besonderen Momente sorgen kann. Ein Mann für die besonderen Momente. Ja, also insofern, jetzt nochmal ganz kurz abschließend zu Marseille, wir haben uns auch abgehakt. Genau. Drei Punkte, drei unerwartete Punkte, die die Tür ganz klein aufstoßen. Wenn du jetzt sechs Punkte holst gegen die zypriotische Mannschaft, dann bist du schon richtig geil im Game und musst dann halt mal sehen, dass du vielleicht noch den einen oder anderen Heimpunkt holst und dann ist der Käse gegessen, du bist in der nächsten Runde und dann wird mit den Ohren geschlackert. Ja, so sieht es aus. Wir schlackern ja auch gleich mit den Ohren, wenn wir hier den Ball nicht wieder wegkriegen, aber scheinste Punkt. Ein und andere Mal ist das gefährlich vor dem Sechzehner der Eintracht. Also ich muss auch sagen, den hoch gelobten Dacosta, der kommt bei mir heute nicht ganz so gut. Nee, irgendwie heute beide Außenverteidiger nicht so den großen Hit. Ja, dagegen ist natürlich extrem souverän, habe ich das Gefühl. Heute der Herrmann von Gladbach macht eine sehr souveräne Partie. Du merkst ihm die Nationalwirtschaftserfahrung auf jeden Fall an. Ich bin zumindest gespannt. Ich habe jetzt eine Menschen bekommen, kann das gar nicht sehen, von dem Herr Sternburg, der irgendwas schreibt zu Menschen in Gladbach. Da werde ich gleich mal gucken, wenn ihr wieder redet. Aber jetzt machen wir auch wieder nichts aus dem Freistoß. Kopfball. Standards sind gerade nicht so der Hit. Dann haben wir Marseille abgehakt. Dann war da ja die Woche noch ein Spiel, über das wir jetzt so ein bisschen reden müssen. Das Spiel gegen Leipzig, was am Ende ein blödes Unentschieden war, weil da auch zumindest in der ersten Hälfte deutlich mehr drin gewesen ist. Dort die Aufstellung durchaus offensiver, mit zwei Spitzen, einem Gacinovic dahinter, in der Mitte ein Degussmann und Fernandes. Also da war definitiv mehr Offensive geplant. Und das hat auch zumindest in der ersten Halbzeit sehr, sehr ordentlich funktioniert. Und umso bitterer wird, dass du dann am Ende den Ausgleich kriegst. Und dann eigentlich, und das ist wahrscheinlich der schwerwiegendste Punkt, um einen Siegtreffer dich ein bisschen bedrohen fühlst. Passt. Passt, genauso wie du es sagst. Also erste Halbzeit war richtig gut. Hättest du normalerweise wirklich mindestens noch ein oder zwei Tore mehr machen müssen. Und natürlich dann super ärgerlich. Der Elfmeter, den wir natürlich gegen uns bekommen haben, ist eindeutig. Das hätte nicht gefiffen, hätte Videoschiedsrichter eingegriffen. Das weiß ich nicht. Also der hatte gefühlt an dem, an dem, zu dem Zeitpunkt spielfrei, weil da waren so ein paar Dinger, man muss es der Fairheit halt auch sagen, wo ein Abseits auch gegen Leipzig abgefiffen worden ist, was auch keins war, sondern es war auch gleiche Höhe. Also da war der Videoschiedsrichter generell so ein bisschen. Ja, 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 ja. Okay. Sorry, dass ich jetzt einhacke. Ups, Salah, ja. Das ist nichts. Das war wohl nichts. In der 65. Minute haben wir gerade Neut getroffen. Ach, das ist scheiße. Und es ist wieder das, wir kriegen, wir kriegen den Ball nicht raus. Da steht ein Spieler komplett frei. Es ist kein Abseits. Da Costa ist in der Mitte und nicht beim Mann auf dem Flügel. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen. Da passt die Absprache auch nicht so wirklich von den beiden. Abraham und Da Costa nicht so gut gewesen eben. Es ist auch mega peinlich, dass du hier so ein Kopfballfestival veranstaltest, die, was weiß ich, ins Nirgendwo und dann landet der Ball halt natürlich auch mega unglücklich. Aber bei allem Respekt, das musst du besser verteidigen, das ist nichts. Ach, also, was soll das denn? Ja, ich kann doch, ich kann doch nicht bei allem, bei allem Ernst, ich kann doch nicht im eigenen Sechzehner so vogelwild agieren. Das ist doch scheiße. Und gerade, wenn ich doch weiß, dass ich gefährliche Leute wie Torg und Hazard bei mir ja rumwuseln, da muss ich es besser verteidigen. Das kann einfach nicht so sein. Heute bist du einfach eine Nummer zu schwach. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar so sagen. Bislang ist es nicht so, dass der Eintrag gleichwertig ist. Ich denke, das wird sie auch nicht mehr, an diesen Niveau wird sie heute auch nicht mehr rankommen. Es sind zu viele einfache, kleine Fehler. Ja, ja, die Abwehr kriegt den Ball heute nicht raus. Wir kriegen irgendwie keinen vernünftigen Ball auf die Stürmer. Im Vergleich halt auch ein krasser Unterschied zu dem Spiel, was du eben gerade andeuten wolltest. Jetzt nochmal die Chance. Haller, ach, verliert er wieder den Ball. Ja, das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Jetzt Eckball. Okay, mal schauen, ob wir dazu was machen können. Aber auch Gacinovic heute mit überhaupt keiner guten Partie. Leider noch nicht. Zu viele Fehlpässe, Zweikampf, Zweikampf, ja, was weiß ich, Quote von wahrscheinlich, was weiß ich nicht, einem besseren Mittelschüler. Also das ist alles ein Haufen Scheiße. Ja, Gacinovic in letzter Zeit immer so starker, starker Wechsel zwischen in dem einen Spiel mal wirklich eine gute Leistung. Ah Mann, jetzt mach doch mal das Ding rein. Ich raste aus. Jetzt hast du schon die Chance. Alter, natürlich wird es abgefüften. Was denkst du denn, wenn, Alter, jetzt geht der mit zwei Händen da gegen den Gegenspieler. Was erwartest du denn da? Ach du Schande, ja. Ja, das Spiel ist entschieden. Das muss man sagen. Die Eintracht spielt heute wesentlich schlechter als noch gegen Leipzig, was extrem ärgerlich war. Ich muss sagen, da muss die Eintracht aber in einer gewissen Art und Weise. Ich weiß, ich habe auch schon jetzt viel Negatives darüber gesprochen, wie das halt mit dem Schiedsrichter war. Aber man muss auch hier sagen, die Eintracht hätte eigentlich auch selber die Tore einfach machen müssen. Ich meine, Rebic hatte die Chance. Es konnte nicht genutzt werden. Und dann sah es halt noch bitterer aus, als es dann war. Und dann hast du halt nur ein 1-1 und gehst halt doch nicht mit einem Sieg, der verdient gewesen wäre an dem Tag. Also für mein Dafürhalten hat die Eintracht sich drei Punkte wirklich verdient bei diesem Spiel. Ui, was wird denn hier? Nochmal zwei Wechsel. Doppelwechsel. Der Gußmann für Fernandes. Und Jovic kommt für Garcinovic. Ach ja, sehr gut. Das ist doch... Könnte nochmal neue Ansätze auf jeden Fall bringen. Ja, aber es ist halt ein Tick zu spät, ne? Wie viele Spielmenode ist das jetzt gerade? Also bei mir 72. 72, 25. Okay, gut. Also da musst du jetzt... Naja, also, weiß nicht. Das ist wirklich ein bisschen spät. Ob da da jetzt nochmal ein Wettel... Jetzt nochmal irgendwie den Anschlusstreffer musst du halt zumindest versuchen. Ja, gut, kannst du machen. Aber, naja. Aber vielleicht erkennt Hütter so auch, dass, und das hoffe ich, dass Jovic und... Ja, der Stream spoilert mich gerade. Gerade eben hatten wir es noch gesagt. Wir achten mal auf die Spielszene. Und, 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 und... Goal, 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 Goal! Für wen? Oh, die Eintritt hat getroffen. Ach, das ist Schande. Und wer da hat es geschossen? Oh ja. Rebic. Sieh, sieh, sieh. Schlag die Ball kurz. Siehst du mal. Ja, 3-1 ist wieder offen. Komm, jetzt noch zwei Tore. Ja, auch so ein bisschen ergaunertes Tor. Ich sehe, das Geile ist, mich schallt ein und dann fällt es. Ich muss sagen, die Wechsel haben einiges gebracht. Genau, direkt irgendwie Jovic und Rebic, die da den Spieler in die Zange nehmen. War das ein blauberes Tor? Es ist auf jeden Fall so. Du jemini. Als haben sich die Wechsel auf jeden Fall ausgezahlt. Hütter ist der beste Mann. Ja, weiß ganz genau, wie er es zu machen hat. Nur ein Hütter kann das so gut machen. Ich bin sehr, sehr überzeugt von ihm. Der war der richtige Wechsel zur richtigen Zeit. Genau. Und ich darf nicht mehr in den Chat gucken, sonst werde ich hier gespoilert. Die hängen alle noch mal eine Minute vor uns wahrscheinlich. Ja, genau. Die gucken nicht über hier Dings Mist-Go. Ja, wir waren gerade eben. Goujo heißt es übrigens. Das ist Goujo, habe ich mir gesagt. Ja, gegen Leipzig hat er das Tor aberkannt bekommen. Ich würde gerne generell, also ich glaube spielerisch brauchen wir da jetzt nicht irgendwie viel mehr drüber reden. Eins zu eins am Ende so ein bisschen ärgerlich. Was mich an dem Tag halt wirklich mega aufgeregt hat, war die Schiedsrichterleistung in Summe. Ich weiß, dass seit der EM diese Regelung ist mit irgendwie, wenn der Arm irgendwie vom Körper absteht und vom Ball getroffen wird, dann ist das irgendwie ein Handspiel. Aber ganz ehrlich, Kostic ist da im Vollsprint. Da hat keiner die Hände auf dem Rücken. Er kriegt halt irgendwie den Ball an die Hand. Ja, Ball ist an der Hand, Hand ist am Ball. Aber ganz ehrlich, da muss man halt sich auch so ein bisschen die Begleitumstände angucken. Das wäre für mich so eine 50-50-Chance irgendwie gewesen. Den hätte es ja nicht 100 Prozent geben müssen, meiner Meinung nach. Nervig ist halt, wir hätten es halt nicht gebraucht, wenn wir einfach unsere Chancen gemacht hätten. Dann wäre es hier entschieden gewesen. Das ist immer diese, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin voll bei dir, René. Das ist sowieso teilweise Schrott. Dann diese Regelung mit, wenn der Schiedsrichter abgefiffen hat, schon vorher, dann kannst du eben kein Videobeweis mehr machen und so weiter und so fort. Da waren so viele Szenen dabei, wo dich hättest total drüber aufregen können. Ja, das ist der andere Punkt. Das haben sie bei der EM gemacht. Und danach war die klare Ansage an die Assistenten an der Seite, dass die im Zweifelsfall erst mal zwar signalisieren sollen, aber die Fahne unten lassen sollen. Also die sollen quasi schon mal irgendwie anmerken, da könnte was gewesen sein. Aber sollen das Ding erst zu Ende spielen lassen und dann die Fahne heben. Und warum hebt der in dem Spiel an drei unterschiedlichen Stellen die Fahne, während das Ding noch läuft? Da hören sie automatisch alle auf zu spielen. Und das ist nachher halt auch das Problem. Aber ist es nicht so, wenn der Schiedsrichter kann ja auch trotzdem weiterlaufen lassen? Er muss ja nicht, auch wenn die Fahne an der Seite gehoben ist, muss er es ja nicht abhalten, oder? Natürlich, aber die Spieler gucken doch dahin. Wenn du als Torhüter da drin stehst und siehst, der an der Seite hebt die Fahne, was machst du denn dann? Du hörst auf zu spielen. Dann kannst du es nicht laufen lassen. Ja, aber dann hast du wieder die Diskussion nach dem Motto, ja, aber da wird irgendwie optisch was angezeigt und dann nachher, dann hat der Schiedsrichter quasi keine andere Wahl, dann muss er es abpfeifen. Also ich bin auch für die Regelung von dir, dass man die Fahne im Endeffekt nicht hebt, auf jeden Fall. So sollte es meines Wissens nach auch diese Saison sein, weil dann lässt du es erst mal zu Ende spielen und dann wird es ja sowieso nochmal überprüft. Also ganz ehrlich, diese Abseitsfahnen im Moment brauchst du eigentlich gar nicht mehr, wenn du den Videoassistenten oder den Videoschiedsrichter da konsequent einfach umsetzt. Also zumindest in diesen kniffligen Szenen, ja, das stimmt. Ja, sicher genauso. Ich finde, die ganze Stringenz in der Spielleitung hat an dem Tag einfach gefehlt. Ich denke, man kann darüber so sprechen und das ist ja auch gar kein, das tut mir, ist es auch scheißegal, wer das jetzt ist oder so. Aber du musst als Schiedsrichter eine Linie reinbekommen und du musst die Dinge, wie sie gegeben sind, auch nutzen. Die war schwierig. Und wenn wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon, wir haben ja genug negatives Nachteile und Geschiss wegen diesem Scheiß-V, VR, das kann man aber auch positiv einsetzen. Und wir haben auch schon Elemente und Momente gemerkt, in denen das positiv war, in denen es okay war, dass wir ein VR, der hat uns auch mal Glück gebracht und das war dann sofort aus unerfindlichen Gründen. Also ich meine, diese Technik ist grundsätzlich erstmal ja nicht verkehrt. Aber du musst sie halt dann auch dementsprechend einsetzen und dann kannst du nicht irgendwie aufs Abseits entscheiden und dann war es kein, sondern vergibst du halt dadurch oder nimmst du einem Team halt eine Riesenchance. Das ist halt einfach scheiße. Du wirst ausspielen, guck dann und dann geht's weiter. Genau, weil ein Tor nachher nicht geben, weil irgendwas im Vorfeld war. Das kannst du machen. Aber ein Tor dann geben, das nicht geschossen wurde. Das funktioniert halt nicht. Dann machst du dich halt total unglaubwürdig mit der Nummer. Aber auch hier muss ich sagen, okay, mit ein paar Tagen zurück. Das ärgert mich tierisch, aber der Eintracht hat ein gutes Spiel gemacht und darum muss ich festhalten. Natürlich, wir haben die zwei Punkte an der Stelle nicht verloren, wegen den Aktionen allein, sondern weil wir ganz stark einfach in der ersten Hälfte die Chancen haben liegen lassen. Wir waren nicht effektiv genug bei dem, was wir rausgespielt haben. Wir hätten uns selbst belohnen müssen und dann wäre es hinten raus auch nicht so dramatisch gewesen. In Summe wirkt es halt einfach unangenehm. Es wird ja, naja gut, weil du halt in einer beschissenen Situation bist. Du hast gegen Bremen, ach das... Naja, also beschissen würde ich jetzt noch nicht sagen. Also wir sind nicht Schalke, also wir brauchen nicht von beschissen zu reden. Nee, es ist halt einfach mega ärgerlich einfach. Denn wir haben gegen Bremen halt einfach Punkte verloren und dann spielst du ein richtig gutes Heimspiel gegen die Leipziger und holst auch keine drei Punkte. Und jetzt bringst du dich halt in die Bredouille, weil du musst jetzt halt sehen, dass du punktest, wenn du jetzt nicht gegen Gladbach punktest, dann gegen Hannover. Es muss halt sein jetzt schon, das ist halt ärgerlich. Ja. Gut, ich glaube, spielerisch und Schiedsrichtermäßig haben wir an dem Tag schon alles gesagt. Was wir natürlich nicht unerwähnt lassen dürfen an dem Spieltag, ist die Thematik mit dem nicht abgedruckten Raber-Logo im Stadionmagazin. Sag etwas dazu, René. Was soll ich dazu sagen? Ich dachte jetzt, ich wartete... Nichts passiert. Kurz auf eure Reaktion dazu. Es gibt ja immer dieses schöne Stadionheft, was man Stadionmagazin, was man da bekommen kann. Und konsequenterweise wurde darauf verzichtet, das Logo von Raber-Leipzig dort abzudrucken, sondern es wurde immer nur anstatt des Logos an der Stelle RBL in Großbuchstaben hingedruckt. Okay, ich habe es gar nicht mitbekommen gehabt. Dementsprechend finde ich gut. Also Dennis lebte am Wochenende unter einem Baum. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Genau, also sie haben es konsequenterweise nicht abgedruckt und haben auch, ich glaube, die machen ja auch immer so ein bisschen Rückblick auf so Historie und so weiter, haben sie dann auf Duelle mit Chemie-Leipzig und VfB-Leipzig verwiesen und haben quasi so ein bisschen die Existenz dieses Dosenvereins so ein bisschen beiseite geschoben. Was bei den Eintracht-Fans, glaube ich, sehr gut ankam. Manch ein Berichterstatter aus der Leipziger Region oder den Leipziger nahe hat, fand sich so ein bisschen angepinkelt, glaube ich, dadurch. Kann man mal machen. Aber finde ich gut, finde ich gut, dass wir auch mal ein bisschen geneckt haben und alles gut. Es war ja jetzt, wurde ja keiner im Endeffekt hier groß beleidigt oder es hat jetzt niemanden getroffen, wo ich nicht sage, ja, das ist so in Ordnung. Dementsprechend finde ich gut. Finde ich gut auf jeden Fall. Und dann müssten wir vielleicht auch noch mal kurz was zu dem... Ich bin gleich wieder da. Gleich wieder da, jetzt zieht er sich wieder raus. Ja, sollen wir noch was zum Banner sagen, der das im Fanblock hing? Könnt, kannst du, kannst du auf jeden Fall gerne. Du hast echt unterm Stein gelebt am Wochenende, oder? Nicht viel mitbekommen, leider. Den exakten Wortlaut noch mal raussuchen, weil die Seite ist natürlich jetzt dadurch, dass ich, dass mein Computer sich hier einfrohr, auch weg. Banner Leipzig. Da haben wir es doch. Genau, und zwar gab es ein Banner, irgendwie sächsische Zustände, Ultras observieren, Nazis hofieren. Da ging es ja so ein, was auch eher so ein politisches Statement ist, da ging es ja so ein bisschen drum, dass, ich weiß gar nicht, ich glaube im Rahmen von, genau hier Chemie Leipzig sind ja über einen längeren Zeitraum hinweg Mitglieder der Fans der Ultras observiert worden, weil man ihnen die Bildung einer kriminellen Vereinigung so ein bisschen unterstellen wollte. Und deswegen gab es eben da das Banner dazu, was glaube ich so mit dem, was man so mit Chemnitz und so weiter da gerade sieht, durchaus finde ich auch ein wahres und ernst zu nehmende Aussage ist an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich gut, finde ich gut auch, dass hier wieder ein bisschen Stellung bezogen wird. Ich muss auch sagen, generell kann ich die Bundesliga-Szene und Fans im Großen und Ganzen dafür loben. Ich muss auch sagen, die Schickeria, man merkt, welche dunkle Zeiten es sind, dass ich die Schickeria hier lobe. Ja, aber auch da haben mir die Banner der letzten Zeit sehr, sehr gut gefallen, die den Finger genau in diese triefende Wunde legen. Hat mir, wie gesagt, bei dem Spiel in Frankfurt jetzt auch extrem gut gefallen. Ich finde, sowas kann und muss man als Szene mal machen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es momentan die Fan-Proteste gibt, über die wir vielleicht auch nochmal gleich mal sprechen werden. Genau, im Chat kam gerade eben nochmal der Hinweis bezogen auf das Raba-Logo, dass wir das auch an anderer Stelle, also nicht nur im Stadion-Magazin, noch nie gezeigt haben, sondern auch auf der Spielplan-Seite. Und bei den Tickets ist das nicht mit drauf. Also konsequenterweise überall durchgezogen. Ist okay. Das sind ja sowieso zwei völlig verschiedene Sachen eigentlich. Für mich, ich müsste mich daran gewöhnen, um nur noch Leipzig zu sagen. Ach, Scheiße. Ja, dann mach das doch mal. Gewöhn dich mal dran. Ja, und jetzt dürftest du auch was gesehen haben. Ich hab da, ich, ja. Jetzt hab ich's gerade gesehen, ja. Ihr braucht da Tag, nennen wir es gebrauchter Tag. Ja, es ist halt, es ist halt auch einfach mega smart gespielt. Ja. Du machst den Eckball, Torgan Hazard, wunderbar. Der Gegner läuft sich frei, viel zu einfach. Da stelle ich mir schon die Frage, ich glaube, das war der Mann, ich weiß nicht, war's, ich glaube von, wenn ich das, ach, von Allaire. Nee, nicht von Allaire, ich glaube, ein Dicker hat den Fehler. Ja. Ja, Allaire steht auf der Linie. Ja, und dann trifft dieser Elvedi, um es mal freundlich zu sagen, das ist auch, das ist Kacke, viel zu leicht, das geht in der Bundesliga so nicht. Trab wuselt da auch so ein bisschen rum, sieht unglücklich aus, hat ein bisschen Pech, das willst du machen. In Dicker hat gepennt, das geht auf seine Kappe. Scheiße. Ja, das, da hat das Tor vorhin auch nichts gebracht, leider, ja. Naja, ich fand's gut, ich fand's insofern gut, dass sie sich nochmal angekämpft haben, aber natürlich, jetzt kannst du natürlich... Für die gesamtspielerische Leistung heute eher, eher schwierig. Ja, 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 es ist, ach, scheiße, ne, also ich meine, du merkst, die Eintracht ist nie richtig schlecht, wow, gut, dass wir jetzt nochmal den Nachschuss probiert haben, kostet aus der Entfernung, keine Ahnung, 25, 30 Meter, haut er das Ding, ja, gefühlt relativ knapp drüber. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, ja, der war sehr knapp. Naja, also es ist nicht hundertprozentig gut gelaufen, muss ich sagen, es ist 3-1, da fand ich auch, Trab sah da nicht so, naja, nicht so richtig. Ja, es ist halt auch wieder so dieses typische Gewusel, du hast so einen riesen Knoll, du weißt nicht so richtig, wo der Ball herkommt, es ist halt alles so ein bisschen schwierig gerade. Ja, ja, sehe ich genauso. Gut, dann... So, dann lass uns nochmal über die Fanproteste sprechen, du hattest es gerade eben schon angedeutet, Marvin, du hast da Redebedarf. Nö, ich hab das nur kurz angedeutet, ich finde die Situation, dass es halt mal wieder diese Fanproteste gibt, du kannst ja gleich nochmal genau erklären, warum das so ist, das finde ich gut. Erklär doch mal. Ich muss jetzt wieder erklären. Ja, erklärbar heute, erklärbarin. Ich bin der, ich bin der Erklärbär, so wie ich das verstanden habe, ähm, und da möge ich mich im Tafelsfall korrigieren, ist das natürlich jetzt auch wieder so ein, was heißt natürlich... Zerstückelung des Spieltags. Angeregt durch, ähm, hier durch dieses, äh, äh, Zusammenschluss der Fanszenen, Zerstückelung des Spieltags, äh, englische Wochen, die es natürlich auch generell irgendwie schwierig machen, irgendwie auswärts zu fahren, äh, schwierige Anstoßzeiten und glaube ich auch... Ich glaube auch gegen die Übertragung des Spiels im Pay-TV war irgendwas nochmal gelesen zu haben. Genau, man hat ja generell diese ganzen, diese ganzen Gespräche, die da geführt worden sind, vor ein paar Wochen eingestellt, nachdem es ja irgendwie hieß, dass man jetzt in der dritten Liga jetzt auch Montagsspiele macht und auch diese ganzen, ähm, Mitnahme von Fan-Utensilien irgendwie erschwert werden soll und unter stärkere Auflagen gestellt werden soll, hat man ja die Gespräche dann eingestellt und das, da hat man ja schon deutlich gemacht, so nach dem Motto, dass Proteste folgen werden und das ist jetzt quasi das, was da, ähm, durchgezogen wird. Durchgesetzt wurde, ja. Genau. War ja der Aufruf, in den ersten 20 Minuten sollte es eigentlich irgendwie Stille geben im Stadion, in dem Spiel hier heute, Gladbach-Eintracht, hat man sich dazu entschieden, eben diese Trillerpfeifen-Thematik zu machen. Ja. Nee, finde ich auch völlig in Ordnung, weil, äh, es gibt nichts Geileres als ein 15-30-Spiel samstags und wenn du den Mist jetzt anguckst, gut, bei uns ist es in der Saison jetzt eh schwierig, durch die international, äh, Euroleague wird es immer so sein, dass wir wahrscheinlich fast immer Sonntag spielen, äh, in den nächsten Spielen, äh, da wird ein Samstagspiel wirklich sehr, sehr selten vorkommen. Ja. Und dementsprechend, ähm, ich bin auch ein totaler Verfechter davon, 15-30, was mir auch total auf den Sack geht, das muss ich auch hier an der Stelle nochmal sagen, dass diese Aufstückelung in die verschiedenen Pay-TV-Bereiche... Na, Leute! Na, okay. Abgefiffen, zum Glück. Weil da, sorry, dass ich dich jetzt, sorry, dass ich dich gerade jetzt genervt habe, aber, ähm, Du hast mich nicht genervt, also. Ach du je, okay, jetzt sehe ich es dir auch. Ja, ja, ja. Ich meine, Käse gegessen, aber du musst ja nicht auch noch einen reinbuttern lassen, weißt du, jetzt ist aber auch mal echt gut jetzt hier. Es wäre auch zu viel gewesen, zum Glück abgefiffen, abseits, also klingt, das sieht jetzt auch ein bisschen blöd aus, ne? Also, ich meine, naja, 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 okay. Ja, also, dass du für 10 Abos mittlerweile brauchst, um im Endeffekt so alles sehen zu können, was du als Fußballfan so sehen möchtest, äh. Ja, und nicht nur, nicht nur 10 Abos, also, äh, 10 Abos, damit kann ich ja vielleicht noch irgendwie leben, wenn's dann aber halt auch irgendwie so in diesem, äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie ist. Marvin hat das ja eingangs angesprochen und zahlst einen Haufen Geld hier für diesen, für den Laden, dass du hier, äh, irgendwie Premium-Dienst bekommst. Und ich nutze es ganz ehrlich nur, um da Fußball zu gucken. Und dann muss ich mir vorher nochmal zwei Minuten Werbung angucken für meine Gebühren, die ich da sowieso schon bezahle. Also, ganz ehrlich, das kann's halt auch irgendwie nicht sein, ja? Ja, und dann funktioniert's auch ganz oft nicht, also, es ist ja... Genau, also, ich glaub, Axel war's, der sich am Wochenende da ja wieder immens aufgeregt hat, weil's nicht, weil's nicht funktioniert, ja? Ich hab mit der Zone und Eurosport bislang keine Probleme, da gibt's ja auch den einen oder anderen, bei dem's irgendwie anders aussieht, aber da sind's, ist es halt auch ein Zehner im Monat oder ein Fünfer im Monat. Und wenn's dann mal irgendwie zehn Minuten nicht funktioniert, dann kann ich damit leben, aber wenn irgendwas 60 Euro im Monat kostet und es funktioniert irgendwie nur gefühlt alle drei Tage, dann kann's das halt auch nicht sein. Gut, ihr habt jetzt mehrere Punkte angehört. Aber das ist jetzt was anderes. Ja, ich will zu zwei Sachen jetzt mal kurz Stellung nehmen. Zum einen natürlich die Spieltagsverstücklung. Das ist zum Kotzen, wenn ich sehe, dass ich gestern heimgekommen bin und dann lief schon das erste Bundesligaspiel, was anscheinend irgendwie um 18.30 Uhr... 18.30 Uhr, ja, ja, genau, wie heute auch. Ja, Leute, wir haben unter der Woche, wer soll denn da ins Stadion gehen? Was ist denn los mit euch? Seid ihr alle total geisteskrank? Also, ich mein, das geht mir bei der zweiten Liga ja schon immer auf den Sack, was sollen die denn machen? Wir sind nicht nur Arbeitslose oder so, die dann zum Spiel gehen. Und selbst wenn, tut mir auch für die Arbeitslosen leid, dass sie da hin müssen. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man vielleicht keine Arbeit hat. Aber, also, keine Ahnung, das geht mir mega auf den Sack, nur für dieses, ja, Drecksspiel früher und so weiter und so fort. Nein, wir müssen nicht über die Übertragungsrechte so weit pervertieren, ja, zur Perversion tragen, ja, oder pervertieren, dass wir jetzt bald um drei Uhr nachts irgendwie zum Spiel antreten sollen oder so. Also, ich weiß nicht, das finde ich echt affig. Und da muss man auch an die arbeitende Bevölkerung denken, die eine Dauerkarte vielleicht haben und für die das halt scheiße ist, wenn du so um 18.30 Uhr anfängst, weil du bist ja, noch haben wir das Beamen nicht erfunden. Du bist ja nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt hier beim Elika arbeitest, du bist ja nicht in der zehn Minuten dann halt am Stadion. Das dauert halt eine Weile. Da musst du halt erstmal rumtuckern, Bahn fahren, was weiß ich. Solange wir das Beamen noch nicht erfunden haben, sollten solche Arbeitszeiten bzw. Anstoßzeiten einfach nicht da sein. Ja, man muss ja noch Hinzug sehen, dass so ein Fußballverein ja nicht nur irgendwie Fans hat, die irgendwie im direkten Einzugsgebiet drei Kilometer rund um das Stadion irgendwie sind, sondern du hast ja Auswärtsfahrten, du hast ja generell auch, selbst wenn du zu Hause spielst, Fans, die mal gerne irgendwie anderthalb, zwei Stunden weg sind. Zum Beispiel, wenn ich samstags da hin will, dann fahre ich da allein auch schon mal irgendwie anderthalb Stunden. Wie soll ich das denn bitte unter der Woche machen? Also muss ich um zwölf Feierabend machen, mich auf den Weg machen und dann den nächsten Tag auch noch irgendwie Urlaub nehmen, weil ich erst nachts irgendwie um eins, zwei wieder zu Hause bin und da bin ich ja bei weitem nicht der Einzige. Ja, wie viele Touren hattet ihr schon mit den Bussen, wo du irgendwie nachts um drei oder irgendwas ankommst und musst morgens um sieben wieder auf der Arbeit sein? Ja, also. Geht gar nicht, ist nervig auf jeden Fall. Ist kacke zu der Zerklüftung bezüglich der Apps, kann ich auch sagen, kann ich nachvollziehen, ist natürlich scheiße. Ja, wir leben aber mittlerweile eigentlich in der Welt, in der das ja auch schon anderweitig Realität geworden ist. Also man muss jetzt nicht so tun, als wäre jetzt die Bundesliga. Fußball bekomme ich jetzt nur noch da, hast du Pech gehabt, ist halt leider nicht mehr so. Also das sehe ich weniger dramatisch, das ist natürlich ungünstig. Ich denke, man muss immer ein Grundangebot an zum Beispiel Bundesliga-Verfügbarkeit haben. Bei den öffentlich-rechtlichen, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Bundesliga und auch die liegen da drunter irgendwie abbilden kann und auch mit Toren und nicht nur Standbildern. Aber was halt so live passiert, okay, das kann man wahrscheinlich momentan einfach nicht mehr anders deckeln. Ich würde mir nur wünschen, und das ist genau der Punkt, den du auch machst, René, dass diese Institutionen, die davon, die Geld bekommen, ja, für Fußball, also wie SkyGo oder sonst was, dass die halt auch funktionieren, ja. Und das ist ja leider etwas, das man momentan nicht immer sagen kann. The Zone funktioniert bei mir aber ziemlich geil, wenn ich echt bin. Ja, da ist das Spiel übrigens rum. Endstand 3-1. Ja, naja. Ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich finde es prinzipiell auch gar nicht verkehrt, wenn es da unterschiedliche Player auf dem Markt gibt. Dann hast du halt auch wieder so ein bisschen Konkurrenz, weil wenn du immer nur den einen hast, dann kann der ja am Ende auch irgendwie machen, was er will. Von daher ist das durchaus in Ordnung. Ich habe da kein Problem mit, irgendwie zwischen den Dingern zu wechseln. Aber erstens finde ich es in Ordnung, wenn es irgendwie ein angemessener Preis ist, ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann halt eben auch, was funktionierendes habe. Und ganz ehrlich, zwei Minuten Werbung gucken müssen, bevor ich zu meinem eigentlichen Inhalt komme, das ist schon für mich nicht funktionstüchtig, ja. Also da gibt es andere Möglichkeiten, aber mir wirklich in die Fresse rein, zwei Minuten, ohne dass ich irgendwas machen kann. Und ich kann es ja nicht mal abbrechen, ja. Dann fängt es wieder von vorne an. Also mich wirklich da rein zu zwingen und dafür dann irgendwie noch jede Menge Geld im Monat von mir nehmen, das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Das haben andere gelernt, wie es funktioniert. Hast du ja eben gemerkt, ne. Also ich meine, wir haben aufgezeichnet, ich bin erstmal reingegangen, habe mir zwei Minuten Werbung angeguckt. Dann sind wir hier kurz gestoppt, weil es irgendwie nicht ging. Und dann habe ich mit euch gechattet, weil ich das alles am Handy mache und musste mich da wieder einloggen und wieder zwei Minuten Werbung gucken. Weil das kannst du machen, ist aber für einen Pay-TV-Sender, wo du für... Wo du eigentlich dafür zahlst, weniger Werbung zu sehen. Vielleicht habe ich das noch aus den Premiere-Zeiten meinen Gedanken gut mit rüber gerettet. Vielleicht ist das ja auch falsch, aber da muss ich einfach sagen, Leute, komm mal klar, geht mir mega auf den Sack. Und ich sehe effektiv zwei Minuten Spielzeit dann auch nicht vor diesem Spiel oder sogar vier Minuten, wenn mir das nochmal passiert, von dem Spiel, für das ich ja dann da im Endeffekt bezahlt habe. Ja. Ich sage ja, das kannst du geschickter machen. Also entweder machst du es halt so, dass es dich nicht daran hindert, zu deinem eigentlichen Inhalt zu kommen, sondern halt so klassisch Overlay, wie du es irgendwie bei YouTube oder irgendwas hast. Oder wenn du schon sagst, okay, wir wollen irgendwie Werbung haben, warum dann nicht irgendwie ein gemischtes Angebot und sagen, die Leute, die wenig Kohle haben, aber trotzdem gucken wollen, die zahlen weniger und kriegen dafür Werbung. Und die anderen zahlen halt mehr und haben keine Werbung und dann mache ich so eine Quersubvenzierung. Aber allen das irgendwie aufs Auge zu drücken, finde ich, macht für mich so ein bisschen dieses Geschäftsmodell so ein bisschen absurd. Ja, genau. Naja. Nun gut. Es ist ärgerlich, nochmal kurz zum Spiel jetzt, was wir jetzt gerade gesehen haben. Es laufen gerade um die Vor. Ich finde, die Eintracht war in allen Punkten unterlegen. Ich denke, das kann man so festhalten. Ja, leider. Ich habe so das Gefühl, dass die Taktik auch nicht so wirklich gut funktioniert hat von Hütter. Ich weiß nicht, was er da genau geplant hat. Einige Spieler oder ein großer Spieler kamen nicht an ihr Leistungsmaximum von den letzten Wochen. Also da ist jetzt diesmal auch wirklich, muss ich sagen, deutlich ein Dicker abgefallen. Das kann passieren. Der ist so jung, dem mache ich da jetzt keinen Vorwurf. Aber du merkst halt, es klappt halt nicht immer. Ja, das sind halt jetzt auch eine Menge Spiele in den zwei Wochen, die da jetzt gerade irgendwie durchlaufen. Das ist jetzt das fünfte Spiel in anderthalb Wochen, in denen in Liga auch immer über die komplette Länge irgendwie gegangen ist. Und wie du schon sagst, der S19, der ist vielleicht auch so ein bisschen die geistige Frische und das dazwischen noch nicht so ganz auf den Punkt. Ja, auf jeden Fall. Was auch meiner Meinung nach nicht so richtig funktioniert hat, sind, auch wenn natürlich das Tor dann direkt gefallen ist. Aber die Wechsel so wirklich funktioniert hat es auch nicht. Es war alles ein bisschen spät. Es war alles, auch Müller war ja schon in der ersten Halbzeit wirklich richtig schlecht. Warum wechselst du da dann nicht mal in der Halbzeit? Sondern war das dann im Endeffekt nochmal 20 Minuten, bis du da reagierst? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und wir haben es ja am Anfang schon besprochen gehabt. Die Haller war ein bisschen verloren in dem Spiel. Doppelspitze, gut, in den letzten Minuten hat man dann auch nicht mehr viel gesehen. Die Mannschaft hat sich natürlich auch ein bisschen hängen lassen. Das Ergebnis, das dritte Tor hat dann auch nicht unbedingt dazu verholfen, dass wir nochmal uns aufraffen konnten. Dementsprechend einfach ein gebrauchter Tag. Aber man muss sagen, ich bin auch bei euch. So ein wirklich taktisches Meisterstück war das heute auch wieder nicht. Leider. Nee. Leider, leider wirklich nicht. Es ist ärgerlich. Ich denke, wir hatten zwischenzeitlich, waren wir mal so ein bisschen besser dran. Ich habe gedacht, nach dem 2-1 könnten wir doch jetzt hier nochmal ein bisschen nachsetzen. Da war für mich das Feuer eigentlich schon noch starr. Aber der Eintracht hat die ein, zwei guten Chancen, die danach noch kamen, nicht genutzt. Und dann ging es halt wieder in die andere Richtung. Ist ein scheiß gebrauchter Tag, glaube ich, kann man sagen. Der Eintracht muss es jetzt abhaken. Aber für mich war das so ein bisschen spielerischen Rückschritt. Also während das gegen Leipzig richtig gut aufsah, war das jetzt über weite Strecken gar nichts. Und Leute, endlich mal fucking Eckbälle und Freistöße. Also die Eckbälle waren jetzt, da war jetzt eine gefährliche Szene. Ja, aber du musst es halt auch auf unserer Seite irgendwie verteidigt bekommen. Also wenn ich jetzt gerade wieder sehe, wie frei Elwedi da jetzt zum Fußball kommt. Genau das. Und der trifft dann halt auch noch. Und Abraham bei uns halt blöd dann einfach nicht. Aber das musst du halt auch einfach besser verteidigen. Aber Leute, ganz kurz mal. In der ersten Halbzeit hat es ja heute eigentlich wieder alles viel besser funktioniert als in der zweiten. Also die erste Halbzeit war jetzt nicht toll, aber es war okay. Woran liegt immer dieses Zusammenbrechen momentan wieder in der zweiten Halbzeit? Weil auch heute, fand ich, haben sich wieder so etliche kleine Fehler eingeschlichen. In der ersten Halbzeit war das alles noch okay. Es war jetzt nichts Tolles. Aber in der zweiten Halbzeit hat sich das wieder so summiert. Auch die Abwehr war wieder, die in der ersten Halbzeit teilweise wirklich stabil gestanden hatte, eher vogelwild. Also gerade auch vom, was war es, 1-0, als wir drei Minuten den Ball da so ungefähr nicht wegbekommen. Und eigentlich jeder weiß, okay, hier fällt jetzt gleich ein Tor. Ist das irgendwie, können sich die Spieler nicht motivieren? Sind sie vielleicht dann platt? Ist es zu laufintensiv in der ersten Halbzeit? Eigentlich kann das ja alles nicht sein. Woran liegt das? Ich glaube, es hat nichts mit Motivation zu tun. Ich glaube, es hat gar nichts mit Motivation. Ich glaube, die Jungs sind alle dabei. Also ich denke, den Schuh, den brauchen die sie nicht anziehen. Ich glaube, das ist einfach mal der Takt. Die sind taktisch noch zu unsicher. Ich glaube, das ist alles noch nicht so gefestigt. Das ist ein sehr, sehr wackeliges Konstrukt aktuell. Und die Jungs sind noch nicht so drin in diesem hütterischen System, dass sie das Ding immer wieder so ranspielen müssen. Ich glaube, sie brauchen immer noch ein bisschen mehr Führung, als sie gegenwärtig haben. Keine Ahnung, vielleicht müssen sie da besser eingestellt werden. Okay. Kommen wir zumindest so vor. Finde ich, weil ich würde denen, auch wenn, keine Ahnung, wir können uns jetzt gleich und nachher mal die Quoten anschauen. Da wirst du auch wieder sehen, dass sie wieder gelaufen sind wie die Hasen. Also ich will denen wirklich nicht absprechen, dass sie wollen. Aber so das zielgerichtete, das klare Konzept, das fehlt vielen aktuell noch. Und manchmal kommt es im Verlauf wieder, wenn wahrscheinlich Anweisungen von außen da sind. Hier, mach das mal so und so und so. Aber wenn das fehlt, wenn irgendwie ein paar Faktoren nicht zusammenpacken, dann ist diese Mannschaft noch zu wackelig. Und dann lässt es sich halt auch mal von Gladbach leider berechtigt abkochen. Ja, aber es hätte uns so treffen können wie Nürnberg, die 7-0, glaube ich, gegen Dortmund verloren hat. Also sind wir ja noch ganz gut weggekommen heute. Ist korrekt. Gut, okay, ich würde sagen, damit haken wir das Gladbach-Spiel auch ab. Ist ärgerlich, müssen wir aber drüberstehen. Wichtig, wichtig, Hannover. Genau, ist das nächste Spiel am kommenden Sonntag 15.30 Uhr und ist Stand heute auch direkter Tabellennachbar. Wir sind auf Platz 15 mit vier Punkten und Hannover auf Platz 16 mit zwei Punkten. Gut, ist jetzt erst der fünfte Spieltag. Das ist alles noch irgendwie relativ dicht beieinander. Wenn du das zweite Spiel gewinnst, dann bist du auch ganz schnell wieder im soliden Mittelfeld. Aber das Gefühl, gerade auf diese Tabelle drauf zu gucken und die Eintracht an dieser Stelle zu sehen, ist kein besonders gutes. Die Alarmglocken gehen bei mir jetzt schon an, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also Sonntag Hannover, die jetzt gegen Hoffenheim nicht besonders toll ausgesehen haben am Wochenende. Die Woche davor gegen den Aufsteiger Nürnberg nicht gut aussahen. Leipzig zwar mit zwei Toren im Spieltag davor geärgert haben, aber trotzdem keine Punkte geholt haben. Ja. Die uns nicht sinnlos sozusagen mit so Kleinst-Kleinst-Fehlern. Heute war es ja auch prinzipiell von der Grundordnung war das vielleicht ja gar nicht schlecht. Dann kommen halt immer so kleine individuelle Fehlerchen und die müssen einfach abgestellt werden. Wie auch immer du das jetzt schaffst, natürlich bis zum Sonntag. Auch ein N. Dicker, ihr habt es ja schon angesprochen. Er ist jung, er ist motiviert und bezahlt auch garantiert immer mal ein bisschen Lehrgeld. Auf der anderen Seite ist es auch einer, der schon super starke Spiele gemacht hat. Und auch ein Abraham gefällt mir wirklich immer weiter. Also was wir gerade auch vorhin in der Halbzeit ja eigentlich besprochen haben. Ein Hasebe bringt dem Konstrukt eigentlich Sicherheit. Ein Abraham, wenn er fit ist, bringt Sicherheit. Ein N. Dicker, klar, hat er auch mal einen Wackler, aber das macht ja eigentlich nichts. Und heute, da Costa hat mir auch nicht wirklich gut gefallen. Vielleicht muss der auch taktisch ein bisschen anders eingestellt werden. Vielleicht sollte er zu viel über die Außen. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten, die dazu führen, dass einfach das Gesamtkonstrukt ein bisschen ins Wackeln kommt. Und ich bin auch, zumindest noch bin ich optimistisch, dass Hütter das erkennt und hoffentlich auch so schnell abstellen kann. Ja, also wir sehen hier eine schwierige Situation für die Frankfurt-Eintracht. Das ist ganz klar, dass jetzt natürlich die Sache ein bisschen enger wird. Wir spielen aber gegen direkten Konkurrenten und das muss unsere Chance sein. Und uns von unten, ganz unten jetzt weiter zu entfernen. Wir haben vier Punkte, die haben zwei Punkte. Chromand, Dreier haben die immer noch zwei und wir sieben. Dann sieht es wieder ganz anders aus. Und dann können wir ein bisschen extra... Warte, eins. Was? In Mathe hast du eine Eins gerade gekriegt. Ja, läuft bei mir. Ja, Fuchs, Fuchs, sag ich dir. Okay, ja, und das muss das Ziel sein und dann sieht die ganze Sache wieder anders aus. Und dann starten wir, relaxen in der Europacup-Woche. Das ist jetzt das Ziel. Wir haben jetzt noch ein Stückchen Zeit bis Sonntag. Das dauert noch eine Weile. Und vielleicht muss ich wirklich sagen, als wirkwache Rebic, muss jetzt schon herhalten, ein Stück früher. Ja, aber den wirst du auch in Hannover nicht über die vollen 90 Minuten sehen. Na, aber eine Dreiviertelstunde will ich den auf jeden Fall sehen. Und du musst dir auch mal überlegen, inwieweit... Du hast jetzt die letzten Spiele immer die Stärke gehabt. In der ersten Halbzeit lief es ein bisschen besser. Vielleicht bringst du Rebic mal von Anfang an. Und dann kannst du ihn immer noch, wenn die Körner ausgehen, kannst du ihn immer noch rausnehmen, kannst auch mal wechseln. Das ist so, warum hast du ja... Du musst auch ehrlich sein, weil Müller hat jetzt wiederholt nichts gebracht. Also es ist nicht... Der tut dem Spiel jetzt nicht gut, will ich meinen. Ja, da bin ich voll bei euch. Also Müller, gerne auch ein Jovic mal von Anfang an. Auch ein Kostic. Ich weiß nicht... Ja, es ist einfach was... Musst du einfach mal gucken, wie du es natürlich taktisch... Ich will jetzt auch hier nicht mit Vollgas alle nach vorne und nur noch in die Offensive. Auf der anderen Seite ist es aber so, die Spieler müssen sich in dem System wohlfühlen. Und ich habe hier das Gefühl, gerade ein Müller ist da total untergegangen, weil er einfach die Tempo-Defizite hat, die wir vorhin ja schon auch angesprochen haben. Da musst du reagieren. Und ein Müller wird auch wichtig sein irgendwann wieder oder auch als Auswechselspieler von Anfang an. Für mich jetzt fürs nächste Spiel keine Option. Was wäre denn so eure Aufstellung? Ja, naja. Also ich würde jetzt, wenn ich mir das angucke... Abwehr wird mir nicht viel ändern, oder? Nee, nee. Ach Quatsch, nee. Abwehr würde ich jetzt wirklich nicht... Die Viererkette ist für mich so gesetzt. Also da wirst du einen Da Costa haben, der natürlich auch gerade ein sehr monströses Programm abspult. Du wirst dann Willems auf links haben und in der Mitte ist jetzt so ein bisschen die Frage. Eigentlich müsstest du dabei bleiben und sagen, du ziehst die Thematik mit Abraham und Indika durch. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man Indika vielleicht mal irgendwie eine Ruhepause gönnt und du dafür einen Faletta siehst. Oh je, nee. Da will ich lieber Indika sehen, wirklich. Also ja, sehe ich genauso. Ich würde aber Indika trotzdem eine Pause geben. Ich würde Indika eine Pause geben, würde Hasebe da reinziehen und für Hasebe würde ich dann dementsprechend den Gusenmann, der mir ganz gut gefallen hat, reinpacken oder ich schaue, ob Toro wieder fit ist. Ja, aber Hasebe in die Innenverteidigung ist natürlich schon vom Tempo her krass. Naja, er muss halt einfach hinten bleiben. Der darf halt nicht nach vorne. Ja, du hast recht. Aber ich meine, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, also den Stürmer, wenn es jetzt früh krug ist, ist es lieber richtig gut abzukochen. Brauchst du vielleicht nicht ganz so viele Wilde, die da rumlucksen. Dann hast du mit Willems jemanden, da Costa, die das vielleicht noch ein bisschen abfangen können. Weiß nicht, wäre das für mich, wir dürfen halt trotzdem noch nicht zu negativ und zu defensiv sein. Also für mich ist halt vorne halt etwas, was geändert werden muss. Müller auf jeden Fall raus. Dafür dann entweder Jovic. Ja, Jovic würde ich vielleicht sogar wirklich stellen. Statt Rebic von Anfang an. Und dafür den so ein bisschen auf den Außen, so als rechten Stürmer quasi. Ja. Ja, ja, ja. Weiß nicht, ob ich Kostic nochmal stellen würde oder doch dafür dann auch Rebic. Was? Ja, oder wenn du halt den Move machst, wie Dennis gesagt hat und machst, okay, du lässt Rebic mal von Anfang an und nimmst mal unter, wenn er merkt, dass es nicht mehr geht, dann wäre meine Variante zu sagen, ein Kostic auf rechts, ein Rebic auf links. Dann würde ich ein Gacinovic auf die Bank setzen und vorne wirklich mit Haller und Jovic und quasi mit so einem 4-2-2-2 spielst. Das ist natürlich eine Vollgas-Aktion da vorne, ne? Das wäre geil. Ja, aber du musst jetzt ein Statement setzen. Ja. Gerade eben im Chat haben sie es geschrieben, wenn du jetzt gegen Hannover keine Punkte holst, ja, dann brennt der Baum weit vor Weihnachten, aber lichterloh. Und es muss doch nicht sein. Wir brauchen uns doch gar nicht in diese Situation bringen. Holen wir jetzt drei Punkte, dann ist alles boogie, alles jiggy und dann läuft der Dach. Ja, nicht nur drei Punkte, sondern auch mit einem ordentlichen Spiel und auch mal irgendwie mit mehr als, wie sagt Basti immer so schön, mehr als 2,5 Toren. Dann halt auch wirklich mal ein Statement setzen. Sagen so, okay, wir können auch Fußball spielen. Es war vielleicht alles jetzt irgendwie ein bisschen, aber wenn es drauf ankommt, dann holen wir die Punkte. Ja. Aber eine Sache hätte ich noch mit, ein Toro wird bis zum Wochenende nicht fit, oder? Glaube ich nicht. Habt ihr da was gehört? Na, weiß ich nicht. Also das wäre normalerweise ja auch jemand, der spielerisch da einiges noch an Akzenten einbringen kann. Das ist normalerweise einer meiner Lieblingssechser, den wir momentan eigentlich zur Verfügung haben. Ja, bei mir auch. Wobei ich jetzt ganz ehrlich das Team aus de Guzman und Fernandes jetzt auch nicht so schlecht fand. Okay. Nee, finde ich, gehe ich mit. Gehe ich mit, alles gut. Okay. Na gut. Gut, dann müssen wir natürlich auch einen Ergebnistipp abliefern. Marvin, bleibst du bei deinem 4-0 nach der heutigen Leistung? Na, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall 4-0, ganz klar. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Dennis? Irgendwann werden wir ja auch nochmal ein dreckiges 1-0 gewinnen, dementsprechend. Dennis immer mit seinem dreckigen 1-0. Mache ich das jetzt mal fürs Hannover-Spiel, mal wieder. 1-0. Ich bin ein bisschen optimistischer. Ich glaube auch, dass mehr als 2,5 Tore fallen, falls Aneretschan ausfüllen will. Aber Hannover wird trotzdem eins schießen. Ich sage 3-1. Okay, gut. Wäre aber, glaube ich, auch sehr... Ich kann mit allen Ergebnissen leben, muss ich dazu sagen. Also mit allen, die uns 3 Punkte einbringen, meinst du? Ja, genau. Also nicht mit allen allen, aber zumindest mit denen, die wir genannt haben. Nein, mit denen 3, die wir getippt haben, bin ich voll und ganz... Das wollte ich nur noch einmal... Klarstellen. Ja, klarstellen, genau. Es ist Sprachkarri, es fängt schon an. Es ist vielleicht auch ein bisschen spät. So, wir sind aber natürlich noch nicht ganz durch, weil wir müssen noch sprechen über Menschen, die gesprochen haben, komische Deutsch. Und ich suche den Jingle. Und der ist exakt da. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben. Jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, da war er wieder, der Ohrwurm. Und da müssen wir erst mal auflösen, wer letzte Woche denn das Rennen gemacht hat. Und das war jetzt auch gar nicht so schwierig. Und zwar haben wir einen Gewinner, der heißt Rainer Koch mit 38,5%. Hat er letzte Woche gewonnen. Wir erinnern uns noch mal dran, das war ja die Geschichte im Heimspiel, wo er noch mal zu diesen E-Mails befragt worden ist und gesagt hat, nee, das war alles eine ganz sachliche Diskussion und eigentlich ist ja viel schlimmer, dass der Kram rauskommt. Und auf Platz 2 mit 28% die Stadtregierung von Marseille für dieses Aufenthaltsverbot. Und da müssen wir, glaube ich, noch dazu sagen, dass die Eintracht sich entschieden hat, da mal alle Register zu ziehen und da jetzt auch gerichtlich noch mal das Ganze prüfen zu lassen. Man geht davon aus, dass das schon irgendwie ein bis zwei Jahre irgendwie dann dauern wird, so Verhandlungen. Aber ich finde es gut, dass ein Verein dann halt auch sagt von wegen, nee, wir lassen das mit uns nicht machen und wir ziehen jetzt mal alle Register, die es da gibt. Ja, gerade für die Zukunft dann. Das ist an sich meiner Meinung nach auch überhaupt kein lauteres Mittel, um da die Fans zu bestrafen, die überhaupt nichts dafür können. Und dementsprechend finde ich es sehr gut, dass da jemand einen sozusagen Klageweg geht, der hoffentlich dann zu einem Ergebnis führt, dass so ein Quatsch nicht mehr umgesetzt wird in Zukunft. So, dann haben wir einiges an Nominierungen diese Woche. Und ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass bei der Kategorie Basti nicht mit dabei ist. Der hätte zu dem einen oder anderen, glaube ich, noch gut was zu sagen. Zumal so ein paar von seinen Lieblingskandidaten, ja, der eine ist sogar dreimal vertreten, selbe Person nominiert für unterschiedliche Dinge. Genau, wir fangen an mit einer höheren Nominierung von Andreas. Der nominiert Ralf Rallerangnick für den Spruch vor der Pressekonferenz des Spiels Leipzig gegen Salzburg. Der sagte, es ist wahrscheinlich das interessanteste, spannendste Spiel der gesamten Euroleague-Runde. Ich habe Teile davon gesehen und es war weder spannend noch interessant. Na, es war schon interessant. Also ich hätte gedacht, das Spiel wird auf jeden Fall so enden, dass Leipzig sichere Punkte mitnimmt. Das war schon eine große Überraschung für mich. Das Ergebnis war überraschend, aber es war jetzt für mich nicht das Highlight-Spiel des Tages. Nein, das definitiv nicht, nein. Aber gut, so sind halt die Ansichten ein bisschen unterschiedlich und das ist doch auch schön so. Sonst wäre es ja auch langweilig. Genau. Hörernominierung Nummer zwei kommt heute von Tobias und der nominiert Emre Can, der ja in dem Interview nach dem Spiel, da ging es glaube ich auch, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Headline gelesen und die ganzen Berichte drumherum, ging es ja auch irgendwie um, irgendwie faul oder Schuss ins Gesicht oder irgendwas, wo er diesen wunderbaren Satz rausgelassen hat, wir sind doch keine Frauen. Ja, das ist ein dummer Satz von einem Frauen. Er hat danach ja noch irgendwie versucht, sich zu entschuldigen, aber das macht halt auch irgendwie alles nicht besser. Nein, das ist blöd und, ach, ist aber so unnötig, mir so kleine Scheiße. In dem Zusammenhang stand dann auch noch der Sohn so ein bisschen in Kritik, weil sie das natürlich auch diesen Satz, weil es natürlich auch Klicks bringt, genutzt haben, um dann auch noch Werbung für dieses Interview zu machen. Sie sind dann auch ein bisschen zurückgerudert und haben dann auch gesagt, ja, sorry, wir werden das in Zukunft irgendwie anders handhaben und da die Leute auch nochmal sensibilisieren. Also ich glaube, die haben das in dem ganzen Zusammenhang so ein bisschen cleverer dann am Ende gemacht. Ja, es ist halt einfach, es sind halt am Ende des Tages halt auch einfach Fußballer, also jetzt nicht der Sauna, aber die da spielen. Und es ist ja auch klar, dass es in so Kabinen nicht so zugeht, wie, ja, was weiß ich, in Gesellschaften, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Aber es ist halt ein blöder Satz und Emre Can, denke ich, eigentlich kann das schon abstrahieren. Deswegen ist es umso dummer, dass gerade er das sagt. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, Mike Franz gesagt hätte, er wundert mich sowas nicht. Ja, also das ist ja ganz klar oder was weiß ich, da gibt es ja genügend Döspaddel. Aber Emre Can ist eigentlich ein ganz cooler Typ. Hat er nicht nötig, sag ich mal. Ja, aber es wurde auch wieder hochgekocht ohne Ende. Also ich muss doch wirklich sagen, es sind halt in der Emotion, ging es da nicht um irgendeine rote Karte? Ja, ich glaube, das war halt direkt nach dem Spiel auch. Also ganz ehrlich. Ja, da wurde schon mehr Bullshit geredet. Also dementsprechend, denke ich mal, Kategorie Quatsch und Irrsinn. Ja, die komplette Karriere von Lothar Matthäus basiert darauf, dass man Quatsch erzählt. Ja, zumindest die Post-Fußball-Karriere, ja. Ja, das stimmt. Bitte. Gut, weiter wäre noch. Weiter. Dann haben wir eine höhere Nominierung, die von so vielen kam, dass ich es jetzt namentlich alle gar nicht erwähnen kann. Und zwar wird dort ein Kollektiv nominiert. Und zwar der Herr Hopp und die Bayern, die ihm natürlich aus voller Solidarität natürlich direkt an die Seite springen und das alles total verurteilen, was da am Wochenende ist und es gut finden, dass dann da jetzt Anzeigen erstellt werden. Und der Mann ist ja ein ehrenwerter Mann und man hat sich ja nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Also es ist halt auch immer wieder fragwürdig, dass so Menschen wie ein Uli Hoeneß hier über Moral und Solidarität sprechen soll oder spricht. Also der hat, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden, wie der Hase da läuft. In die Kette eingeschlossen werden kann, glaube ich, noch Rainer Kallmund. Ich weiß gar nicht, ich war da nicht beim, der saß bei irgendwas von Sky und hat irgendwas erzählt. Ich bin mir ziemlich sicher, Rainer Kallmund sitzt immer an derselben Stelle und die rollen einfach nur im Hintergrund, einen anderen Hintergrund für ein anderes Studio da rein. Anders, da kann ich mir das langsam und sicher schon gar nicht mehr vorstellen. Ja, das ist sehr gut. Heutzutage mit schöner Motion-Capture-Technik wenn er vielleicht irgendwie doch bewegt. Ja. Nein, aber er hat da auch wieder sowas gesagt, er findet das absolut beschämend und Hopp wäre doch so ein toller Kerl und der absolute Oberkracher und die Leute sollen den in Ruhe lassen und es werden, also du merkst, das ist alles ein Geklüngel, es ist alles irgendwo, die Leute differenzieren dort überhaupt nicht mehr und dementsprechend lassen wir sie in Ruhe, lassen wir sie in ihrem Glauben, weil überzeugen tut die von uns keiner. Ja, also die Sache ist, auf der einen Seite könnte man jetzt so tun, als wäre das alles so halb so dramatisch und die leben in ihrer eigenen Welt, aber das Problem ist, die haben halt immer noch was zu sagen. Also jetzt nicht hier, nicht Kallmund, der hat was zu sagen, wenn es um die Wahl seines Lieferservices geht, aber halt andere Leute, also Hoeneß hat ja immer noch eine Macht, aber ich meine, dass das alles, dass diese Seilschaften mit Hopp halt alle einen finanziellen Hintergrund haben, dessen müssen wir uns halt auch einfach bewusst sein und im Endeffekt wird so viel Scheiße erzählt. Fakt ist einfach, dass Hopp Polizisten dazu, ja, genutzt hat, mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen anderen Mitteln, Leute zu ermitteln, die Hurenzonen gerufen haben oder sonst irgendwas, was natürlich scheiße ist, dass man das ruft. Aber es ist halt immer noch das fucking Stadion und wenn ich jetzt gegen jeden Einzelnen ermitteln lasse, ja, der sowas ruft, ja, weil ich mich als Person hervorhebe, hier, der Hopp kann bestimmt ein ganz netter Karl sein, aber durch solche Sachen, und das ist ja wirklich nicht das erste Mal, ich erinnere an diese Störgeräusche, die es mal in Hoffenheim gab, das ist die, das ist eine Serie von mehr als bedenklichen, demokratiebedenklichen Situationen, die Hopp wieder schafft, da muss ich auch sagen, nur weil er das Geld hat, hier, Karl-Heinz, was weiß ich, Karl-Heinz Müller oder sowas, der hat nettes Geld, dass, wenn irgendwer 30 Leute auf einem Kreisliga-Platz ihn als Hürnsohn beschimpfen, der hat nicht das Geld, dass er mit Tonbandaufnahmen oder mit Videoaufnahmen nachrecherchieren lassen kann, wer das denn alles gerufen hat und jeden Einzelnen anzeigt, das ist eine Weltentwicklung. Woher weißt du, dass Karl-Heinz Müller nicht das Geld hat, Marvin? Ja, weiß ich nicht. In der Ausharregion von, hier von Sinsheim kommt, vielleicht schon. Ja, aber halt als normaler Bürger hast du das nicht. Ich bin voll bei dir, auf jeden Fall. Da gibt es eine absurde Ebene, das jetzt so zu bestrafen, ich muss, tut mir leid, das ist, also da hat er, also was denkt er denn, wer zum Fußball geht? Da geht halt nicht nur der, was weiß ich, der geübte Yoga-Lehrer oder der relaxte Tennis-Lehrer oder der Samenstau-befreite Horst Kevin dahin. Ja, da passiert halt ein bisschen mehr. Horst Kevin. Ja, was weiß ich, aber das ist halt ein Querschnitt der Gesellschaften, da gibt es auch Leute, die ein bisschen austicken und da gibt es auch Leute, die mal Scheiße rufen, aber wenn sie selbst in diesem Rahmen gar nichts mehr rufen dürfen und wenn alles immer gleich penalisiert, dann muss ich auch die Kirche, ich muss ehrlich sagen, mach doch eure Scheiße alleine, ganz ehrlich. Niemand hat Hoffenheim gewollt, niemand hat Hoffenheim gebraucht und auch in Hauptbrauch auch, ehrlich gesagt, niemand, wenn er dann damit klarkommt, dann muss er sich auch ein bisschen zurückziehen. Also entweder er kann selber abstrainieren und sagen, okay, das ist Fußball und ich lebe doch in meiner wunderbaren Wolle-Welt mit Uli H., der mir den Sack rault, dann ist es doch auch okay. Kommen wir von dem Verein, den niemand braucht, zu dem nächsten Menschen, den eigentlich niemand braucht, Ralf Rallerangnick, zweite Nominierung, diesmal von unserem Hörer EFC Appleweuer und zwar nominiert dafür, für seine Aussage, dass man ja nicht Salzburg unterschätzt hätte, sondern dass Salzburg ja quasi in der Liga, in der sie spielen, quasi jedes Wochenende spielfrei haben und eigentlich nur gegen bessere Testgegner spielen. So kann man sich den Kram natürlich auch schön reden. Wird schwierig. Also wir kennen ja, Marvin und ich kennen ja die österreichische Liga nur zu gut, dementsprechend ist es da schwierig zu widersprechen, dass die Gegner sehr hochklassig sind. Aber, 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 das ist natürlich ein Problem, was dort auch nicht erst seit gestern besteht. Und ja, kann man so sehen, ist natürlich eine harte Aussage. Aber gut, wenn er das so sieht, alles in Ordnung. Nächste Nominierung von unserem Hörer Ed Dava, denn und zwar wird der DAZN-Kommentator vom Euroleague-Spiel für den wunderbaren Satz nominiert. Eins kann man sagen, das Spiel ist genauso intensiv, wie wenn es hier ausverkauft wäre. Tja, vielleicht hat er sich seine Unterhose zu eng angezogen. Ja, ist schwierig. Nächste Nominierung von unserem Hörer oder Hörerin Floben31 und zwar unser spezieller Freund Alfred Draxler, Alfred Draxler, Sprachkarries, der mal wieder, glaube ich, Spielabbruch bei beschämenden Plakaten fordert. Also laut Alfred Draxler dürften wir überhaupt nicht mehr spielen. Und nicht mehr vor die Tür gehen, weil es ist ja alles schlimm und wir müssen ja auch auf die Kinder aufpassen. Ja, ja, also... Es wird schwierig. Da brauchen wir, glaube ich, gar nichts zu sagen, oder? Ja, also... Ja, gut, also... Draxler allein, also das reicht ja um. Ist allein schon immer eine Berechtigung wert. Ist schlimm eigentlich, ne? Wir drehen uns immer wieder im Kreis mit den gleichen Larrys. Es sind oftmals dieselben. Ich greife auch gleich was auf, was Fräulein Lisa letztens geäußert hat. Also können wir gleich nochmal machen. Wir haben aber auch einen neuen, den wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal hatten oder zumindest dann schon seit längerer Zeit noch nicht mehr. Nominiert von Karim, Ed Kurvenjunge, Ed Jan Grobi, Imho und vielen anderen auch. Robin Dutt für seine wunderbaren Aussagen auf dieser Pressekonferenz zu diesen Fan-Protesten. Also man merkt halt, er hat überhaupt nicht verstanden, worum es irgendwie geht. Ich weiß nicht, habt ihr die Pressekonferenz gesehen? Die Ausschnitte, die da rumgelaufen sind? Auszüge. Genau, also es war ja das Spiel Bochum gegen Dresden. Und da ging es ja auch um diese Fan-Proteste. Fren-Proteste? Fan-Proteste ist ein schwieriges Wort. Und er sagt dann irgendwie von wegen, ja, die Leute sollen nicht so viel protestieren, die sollen sich lieber mehr engagieren, mehr Ehrenamt. Und das wäre ja clever eingefädelt gewesen von Dresden, die ja die ganzen Kram irgendwie gestartet hätten, weil dann hätte ja 20 Minuten lang auch der Support gefehlt und das hätten die ja absichtlich so gemacht. Und also da ist schon ganz viel wildes, spekulatives Ding irgendwie mit drin. Okay. Ich glaube, der Kerl von Dresden widerspricht ihm da jetzt dann auch nicht wirklich, aber du merkst halt überhaupt, er hat überhaupt nicht verstanden, worum es da ging. Das ist gut, dass er sich überhaupt nicht informiert hat und dann trotzdem vor die Presse spricht. Anderthalb Minuten hat er darüber gesprochen. Er hat keinerlei Hintergründe, er hat es nicht verstanden, aber er sappelt anderthalb Minuten. Muss man auch erst mal hinbekommen. Sehr gut. Ja, es zeigt halt, reden geht immer. Ahnung haben muss man anscheinend nicht. Ja, reden ohne viel sagen geht immer. Genau. Machen wir ja auch. Und Ebay hat das natürlich hierher gepackt heute. Immerhin hat er es damit hier auf unsere Nominierungsliste geschafft. Und wir haben noch einen, und zwar, total überraschend, Ralf Rallerangnick. Wow. Diesmal nominiert von Ed Kurzgemosert. Und zwar der als... Ah, Grüße auf jeden Fall. Ja, da war ich so ein bisschen... Es ging um das Spiel heute und dass ja der Stadion in Leipzig mal wieder nicht ausverkauft sein wird. Schon seit langem mal wieder nicht ausverkauft ist. Und als Hauptgrund dafür führt er auf, dass die geringe Auslastung deswegen zustande kommt, weil ja ganz viele Familien mit Kindern ins Stadion kommen und die das natürlich zu diesen Zeiten und unter der Woche nicht können. Da war ich so ein bisschen am Überlegen. Auf der einen Seite, das ist ein Punkt, den wir ja auch vorhin angesprochen haben, dass diese Anstoßzeiten unter der Woche schwierig sind. Gerade wenn du irgendwie, ne, mit Kindern ins Stadion willst oder irgendwie generell schwierig, wenn du arbeiten gehst. Aber es ist ja nicht nur der Fall, dass das Stadion jetzt nicht ausverkauft ist, sondern da ist ja immer irgendwie die Hälfte leer. Ja. Schwierig. Also Ralf Rallerangnick kriegt auf jeden Fall irgendwie den... Ein Leistungsabzeichen dafür, Eine halbe Nominierung dafür, oder? Ja, und so ein Fleißsternchen, er hat es immerhin dreimal diese Woche auf die Nominiertenliste geschafft. Also das ist für unterschiedliche Dinge. Da muss er nicht innerhalb von einer Woche schon mal ordentlich anstrengen, um das zu schaffen. Auf jeden Fall. Ja, okay. Naja. Aber weißt du, alle Popo offen. Ja. Habt ihr noch jemanden, den ihr nominieren wollt? Nee. Dennis tippt hier fleißig ins Dokument. Ich kriege schon wieder Angst, dass er wieder anfängt, irgendwie Dinge rauszulöschen und die nicht wieder gelöst bekommt. Andu, Andu, Andu. Andu, 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 genau. Wir erinnern uns, Sendervotitel von letzter Woche. Gut. Nein, nein, also keine Nominierung mehr. Keine Nominierung. Okay. Damit sind wir, glaube ich, mit den Nominierten. Du, aber Marvin, du hattest noch was, ne? Ja, aber nur was Positives. Genau. Fräulein Lisa hat uns ja mal geschrieben, immer die gleichen Labedull, immer die gleichen negative Scheiße und so. Ich glaube, es hat sie wortgewandter in freundlicher umschrieben, aber da ich jetzt Feierabend habe und jetzt auch ein bisschen fertig bin von dem anstrengenden Tag, bin ich halt mal ein bisschen relaxter in meiner Wortwahl und nominiere die unbekannte Person, die in Wiesbaden was ganz Süßes gemacht hat und zwar gibt es in Wiesbaden eine Mutti, die mit ihrem Kind immer so rumläuft und das Kind hat so ein kleines Rad und das Rad wird immer am gleichen Ort abgestellt und festgemacht. Also logischerweise einfach mit so einer Radsperre, damit es halt nicht wegkommt. Und irgendwann, weil das halt jetzt schon so oft vorkam, hat sich ein unbekannter Mensch gedacht, ach, weißt du was, das ist ja ganz süß, so ein richtig kleines Minirad, das bekommt jetzt mal so, wie so ein Schild, wir haben ja so viele Schilder in Deutschland, es gibt ja nicht nur komische Schildbürger, sondern auch extrem viele Schilder, gefühlt haben wir ja alle fünf Meter, wo wir uns hingucken, auf jeglichen Straßenschilder und da hat sich einer gedacht, okay, da mache ich mal das Straßenschildähnliches und hat so ein, wie soll ich sagen, so ein Sticker mehr oder weniger gemacht, Parkplatz, Parking only mit dem Bild von diesem Rad und das ist irgendwie ziemlich süß. also ich kann euch das mal schicken, aber es sieht sehr, sehr, sehr süß aus und finde ich immer eine ganz nette Angelegenheit, mal was Positives zu dem Negativen, so hat jemand gesagt, da parkt nur der Kleine mit seinem Mann. Daumen hoch, finde ich gut, ja. Ja, es war, es war, war was, war was Nettes, ne, also ich meine, nachdem wir hier immer noch eine Autolabine überall haben, ja, wir sind eine nette Familiensendung, wir freuen uns auch, wenn Leute mal Fahrrad fahren und auch kleine Kinder mit ihrem Pucki da Fahrrad fahren, finde ich gut, zeige ich euch mal. Finde ich auch gut, ja, sehr gut. Als was, als was nehmen wir das jetzt, weil in die Kategorie Dummschwärzer der Woche passt es ja jetzt irgendwie nicht. Ist es irgendwie die gute Tat der Woche? Die gute Tat der Woche, das ist doch geil. Genau. Dann schickst du mir gleich noch den Link zu dem Bild und dann hacken wir das mit in die Show-Notizen und dann könnt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen euch das anschauen und natürlich dann auch für euren Dummschwärzer der Woche abstimmen. Ich schick's dir per DM. Uff, neulich modische Kram da. Schickt mir doch eine Fax. Wie das andere Leute auch machen. Ja. Wie das alle normalen Leute machen. Wie die normalen Leute das machen, ne? Ausdrucken und aufs Fax legen. So, dann haben wir aber natürlich auch noch Dinge, die wir empfehlen wollen und dann, du hattest gerade eben schon die Fräulein Lisa angesprochen, die hat uns in ihrer Mail natürlich auch noch eine, natürlich, aber sie hat uns in ihrer Mail noch eine Empfehlung mitgeschickt und zwar empfiehlt sie uns, das hatten wir glaube ich auch schon mal angesprochen, die Eintracht-Doku Countdown für Europa, die ja auf TVNOW zu sehen ist und sie hat uns den Link auch noch mitgeschickt, den hau ich auch noch mal. RTL Nitro, wenn sie sonst schauen möchte. RTL Now kann man auch mit RTL.nau Ja, das ist nicht neu. Danke. Ich gucke das ja nicht. Also ganz ehrlich, wer dafür Geld bezahlt, muss auch die Probleme sein Leben verloren haben. Ja, da merkt man mal wieder, wie wenig du zuhörst. Das hatte ich glaube ich vor einem Jahr schon mal erzählt. Ja, als ob ich jedes Mal zuhören würde, wenn du was sagst. Ja, ich hab dich auch, lieb Marvin. Genau, also TVNOW, da kann man sich das anschauen. Ich hab's auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber werde ich noch tun. Ich hab eine Empfehlung, das kann ich ja jetzt machen, weil Basti ja nicht da ist. Ich empfehle die Vollversion von FIFA 19. Ist gut. Hallo. Ist extrem gut. Okay. Ich hab gestern, weil ich ja die Vorbesteller-Version habe angefangen zu spielen und hab schon ich glaub 25 Spiele gemacht und so ein bisschen Kleinkram und Marvin nimmt gerade das Mikro auseinander. Ähm, ist gut. Okay. Macht extrem viel Spaß. Ich glaub so die, also es hat sich jetzt nicht viel an Physik und so geändert, aber was ich ein ganz ein gutes neues ähm Ding finde, ist, dass du Taktiken jetzt variabel einstellen kannst. Also du hast nicht mehr wie früher so eine Taktik, sondern du kannst quasi mehrere Taktiken ähm einstellen. Okay. Ähm. Hallo. Ja, wir hören dich Marvin. Na super. Ähm. Und du kannst quasi Ah! Ist ja fies. Was ist denn? Ich glaub wir müssen nochmal auf. Also mehrere Taktiken. Ja, es ist heute echt ein bisschen schwierig. Wir schmeißen den Marvin jetzt hier nochmal glaube ich aus der Leitung. Wenn das geht. Zack. Und dann muss er gleich einfach nochmal anrufen. Also du kannst ähm mehrere Taktiken einstellen. Ja. Und mit diesen Taktiken verbunden auch Formation. Also du kannst zum Beispiel sagen, was weiß ich, ich spiele im Standardding irgendwie mit einem äh 4-3-3 und wenn ich irgendwie ingame umschalte auf äh offensiv dann will ich, dass das in einen 4-2-4 umgeht Okay, ja, das ist gut. Und irgendwie mehr Pressing und mehr über Außen. Also mehr Dynamik im Spiel eigentlich dann auch. Genau, genau. Also du kannst so dynamische Taktiken einstellen, die du halt quasi ingame dann umstellen kannst und das finde ich halt muss man sich ein bisschen reinfuchsen und so ein bisschen ähm mitarbeiten aber finde ich Gibt's auch wieder sowas wie The Journey eigentlich? Es gibt den finalen Teil jetzt. Ah! Ähm, man spielt jetzt nicht nur hier diesen, diesen Alex Hunter, also den Hauptprotagonisten, sondern auch noch irgendwie den anderen Larry und die, die Schwester vom Hunter auch noch, also die haben quasi auch gleichzeitig noch Frauenfußball mit integriert. Also, hab ich noch nicht gespielt, ähm, ist aber jetzt irgendwie Du warst jetzt Online-Game-mäßig unterwegs? Ich hab bis dann Online-Game unterwegs. Genau, aber das soll jetzt der finale Teil quasi von der Story sein und dann ist gespannt zu sehen, was dann danach kommt, aber den Story-Modus haben sie wieder drin und Karriere nochmal irgendwie ein bisschen aufgeblasen und also Gibt's auch wieder FIFA Street Football irgendwie sowas? Hab ich irgendwas gelesen gehabt? Sollte das nicht bei FIFA 19 kommen? Nicht, das ist da nicht mit drin. Ich weiß nicht, ob sie da in der Story, in diesem Journey, war ja letztes Jahr schon irgendwie so ein kurzer Teil mit Street Football drin, ob sie da wieder was haben, aber. Okay. Also ich hab gestern und heute. Bestimmt so ein Spiel ist auch einiges, was du da schon gemacht hast. Bestimmt irgendwie so fünf, sechs Stunden da schon rein versenkt. Okay. Wie ist es denn von der Spiel, also hat sich wieder an der, an der Physik wieder was geändert oder ist soweit alles noch ähnlich wie 18? Oder hast du kein FIFA 18? Nee, ich hatte auch FIFA 18, ist genau gleich, also ich glaube an der Physik so ein bisschen hat sich was geändert, aber es ist immer noch irgendwie total absurd, du kriegst keinen vernünftigen Pass irgendwie über zwei Meter gespielt, aber Schüsse aus 30 Metern fallen ins Tor. Ja. Okay. Ja, Spieler fallen über ihre eigenen Füße, der Schiedsrichter steht immer weg rum, also eigentlich alles wie im richtigen Leben quasi. Alles grausam wie immer, sehr gut. Alles grausam wie immer, genau. So, Marvin meldet sich nicht mehr, der ist quasi tot. Und dabei willst du doch jetzt deinen Arbeitgeber mehr oder weniger loben oder empfehlen. Ich meine. Nein, du den von Marvin. Ach, den von Marvin, ja, ja, richtig. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sowieso ein totaler Freund. Hi-Info schon immer sehr cool und Hi-Info produziert unter anderem auch einen Podcast zum Thema Cybercrime. Ja, auf jeden Fall war jetzt die erste Staffel, ging so ein bisschen um Hacker und was da so, wie funktioniert das, was die Hintergründe so ein bisschen beleuchtet. Zweite Staffel, jetzt gerade angefangen, ich glaube, es gibt mittlerweile drei oder vier Folgen, geht um Angriffe auf Krankenhäuser, also im Endeffekt ein Hackerangriff auf ein Krankenhaus in Neuss, das ist jetzt zumindest in der ersten Geschichte gewesen, wird dann so ein bisschen geschaut, was das heute für Auswirkungen hat, wenn eben die IT ausfällt oder in dem Fall durch Ransom-Software, also Erpresser-Software lahmgelegt wird, wie wird reagiert, wie sind die Notfallpläne. Also sehr interessant, wer jeder, der sich so ein bisschen mit der Thematik Hacken und Internetkriminalität, IT-Systeme generell und so weiter informieren will und da auch ein bisschen Interesse hat, ist, glaube ich, da genau richtig. Genau, also es gibt keine Anleitung, wie ihr hackt bei dem Podcast. Nein, nein. Aber genau, zweite Staffel, da geht es um, wie Dennis schon sagte, dieses, sie haben sich mal auf dieses Thema IT in Krankenhäusern fokussiert und eben dieses erwähnte Krankenhaus in Neuss war durch diesen Dingens, Angriff Februar 2016. Genau, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Zwei Tage quasi komplett lahmgelegt, da sieht man halt so ein bisschen, was so die Schwierigkeit dabei ist und sie begleiten zwei Pentester, die im Krankenhaus in Gießen tätig sind. Pentester sind quasi diejenigen, die so IT-Sicherheitslücken, genau, so quasi wie so ein Probehacker, die einfach mal gucken, komme ich irgendwo rein. Grundlegend kann man sagen, die beiden Sprecher, Oliver Günther und anderer Name hier bitte einfügen, machen das Henning Steiner, Henning Steiner, danke, machen das extrem gut, folgen alle so ein bisschen dynamisch zusammengeschnitten, sind auch nicht ewig lang, kann man sich echt gut anhören, viel Information drin, ich freue mich schon drauf, wenn es da irgendwie weitergeht und es gibt auch lange Updates, also auch zur ersten Staffel gab es ja jetzt noch irgendwie zwei, dreimal Updates hinten dran, wo sich dann da noch mal was geändert hat, also Cybercrime nach uns wahrscheinlich der zweitbeste Podcast. Und ich muss auch sagen, ich finde, die haben auch noch so eine Entwicklung mitgemacht, also ich finde, die zweite Staffel auch fast nochmal, nicht, ja, inhaltlich kann man darüber sprechen, finde auch die Themen auch in der ersten richtig gut gewesen, aber so vom runden Konzept finde ich es Podcastiger, um es mal so zu sagen. in der ersten Staffel wirkt es in der Tat so ein bisschen radiomäßiger, da merkt man halt so die Hintergründe und das war halt eher so ein bisschen auf Radio geschnitten, jetzt sind die Folgen ein Ticken länger, ich glaube, in der ersten Staffel waren sie ja immer sehr knackig kurz, kaum über zehn Minuten, jetzt sind sie auch schon mal irgendwie 20, 25, was immer noch für so Podcast-Verhältnisse wahrscheinlich relativ kurz ist. jetzt, glaube ich, sogar eine halbe Stunde, ja, aber ist trotzdem gut gemacht, ja, so ein bisschen dynamisch, sie nehmen einen so ein bisschen mit, also du merkst halt schon, die sind in der Lage, so eine Story zu erzählen und nicht einfach wie wir anderthalb Stunden dummes Zeug in so ein Mikro zu bappeln. Ne, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, wer es noch nicht kennt, für den ist das eine ganz klare Hörerempfehlung oder Höherempfehlung. So Marvin, jetzt bist du wieder da, jetzt musst du auch was empfehlen. Ja, gerne, den Alomat für Hessen. Oh ja, natürlich. Am 28. Oktober sind Wahlen in Hessen die Landtagswahl für alle Freunde der Frankfurter Eintracht, die nach Nürnberg fahren. Macht vorher euer Kreuzchen, bitte? Briefwahl ist das Stichwort. Briefwahl, genau, genau, Briefwahl oder halt, wenn ihr am Mittag erst hinfahrt, wird aber ein bisschen knapp, also macht am besten Briefwahl, dann lohnt sich das und wen ihr wählen sollt, das müsst ihr selber entscheiden, aber der Wahl-O-Mat bietet euch da zumindest eine Option mit, was weiß ich, 38 Fragen, die ihr beantwortet und dann kommt was raus, von dem ihr immer noch sagen könnt, naja, finde ich trotzdem nicht so geil, aber es spiegelt meine Tendenz wieder. Checkt das mal aus, ich mag das von der Bundeszentrale für politische Bildung immer wieder sinnvoll und diesmal auch für Hessen. Link haue ich in die Shownotes. Das ist jetzt aber auch wieder nur diese Art von Wahl-O-Mat, die quasi das aktuelle Wahlparteiprogramm abgleicht, ne? Ja, also die haben, die Parteien haben die Fragen dementsprechend, die Thesen. Beantwortet. Weil das, das fand ich eigentlich sogar noch viel besser, aber ich glaube, den gibt es hier nicht, den gab es zur letzten Bundestagswahl, es war glaube ich aber auch eine private Initiative, die haben sich damals für so Themenblöcke nicht angeguckt, wie die Parteien die Fragen beantworten, sondern wie zu den einzelnen Themenblöcken quasi die Parteien in der vergangenen Legislaturperiode abgestimmt haben. Also du hast da quasi nicht gesehen, wie sie sagen von wegen, ja Kinder sind uns total wichtig, sondern du hast dann gesehen, ne, die haben zweimal hier gegen Erhöhung Kindergeld gestimmt und dann kriegst du natürlich nochmal ein anderes Ergebnis da irgendwie raus. Aber ich glaube, das gibt es jetzt für so Landtagswahlen nicht, ist ein bisschen aufwendig. Fand ich aber eigentlich das charmantere Konzept. Ja, finde ich auch interessanter Punkt. Ansonsten gibt es noch den Wahlswiper, den kann man sich auch mal downloaden. Was, den Wahlswiper, das ist quasi Tinder für die Landtagswahlen. Richtig, ja. Alter. Ja, wir sprechen in unserem Podcast ja auch die jungen, freshen Hippies von heutzutage an, ja, und die müssen natürlich links und rechts swipen. Aber keine Angst, es gibt keine Politikerbildchen. Sonst ist es lose-lose-Situation. E-Bims, ein Wahlswiper. Oh, Hilfe. Hier muss auch alles irgendwie tinderisiert werden. Demnächst machen wir hier auch die Dummschwätzer, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Alter, mega geile Idee. Dummschwätzer war so im Tinder-Style. Mhm. Das ist gut. Also wer das, wer das für uns mal programmieren will, der möge sich doch bitte bei uns melden. Wenn irgendwann unsere Website wieder geht, können wir das auch machen. Die geht mittlerweile wieder, da gab es die Mitteilung. Ja, läuft, alles läuft. Perfekt. Ja gut, ich glaube, dann sind wir mit den Empfehlungen auch durch. Die Folge ist dann doch wieder ein Ticken länger geworden als gedacht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die noch schnell online kriegen, damit ihr die auch hören könnt, zumindest was so Rückblick, Ausblick und so weiter angeht. Über dieses Glattwachspiel legen wir dann mal schnell den Mantel des Schweigens. Oh ja. Es gab wieder einiges an Spenden in der letzten Woche und da sage ich ganz artig danke, da waren auch wieder ein paar größere Spenden mit dabei, das ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr ihr uns hier supportet, von daher vielen, vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und den Deckel drauf. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, wir wünschen euch viel Spaß, Sonntag 15.30 im Stadion und dann gucken wir mal mit nächster Woche, wann und wie wir uns melden. Ich sage jetzt mal in gewohnter Art und Weise, vielleicht gibt es Termin nicht noch die eine oder andere Verschiebung. Behaltet mal die Social Media im Auge, aber jetzt machen wir erstmal Schluss und wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Tschüss. Tschüss. Hey. 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey